Hallo Leute, willkommen zum nächsten Mal. Willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Stoner, Frank und Frey hier bei NuWiso. Und heute mit einer Folge, wo wir so den Blick ein bisschen auf den Zeitgeist mal lenken. Es gibt ja hier aus dem alten China dieses Sprichwort, und das ist Segen und Fluch zugleich, mögest du in interessanten Zeiten leben. Und ich glaube, bei einem können wir uns alle einig sein, wir leben in diesen interessanten Zeiten. Und das sind Zeiten, die sind sehr energetisch stark, es passiert viel. Es sind auch Zeiten, die sehr emotional sind, es ist viel Bewegung da. Emotion heißt ja genau das, Motion, Motion, Bewegung. Und gerade wenn man jetzt in dieser Zeit sich auch öffentlich macht, was wir hier machen beispielsweise bei NuWiso, dann bekommt man da ganz viel auch ab von diesen Geschichten. Und wir haben halt heutzutage so einen Zeitgeist, wo wir ganz viele Spaltungen haben, ganz viele verschiedene Realitäten, ganz viele Filterblasen, wie man das jetzt so in der Moderne ausdrücken würde. Und das möchte ich mir heute mal ein bisschen angucken, dieses Thema. Das hat auch damit zu tun, weil ich oder wir bei NuWiso das auch im letzten Jahr, ja auch direkt selbst erfahren haben, diese Mechanismen und wie man da als Projektionsfläche dient. Und ja, der hat wahrscheinlich die Geschichte verfolgt, dieses Gespräch von Frank und mir, was wir zu Chemnitz gemacht haben, welche weite Reichweite das gehabt hat und wie viele Wellen das geschlagen hat. Und das ging ja dann bis hin dazu, dass die New York Times, eine der größten Zeitungen der Welt, das ist hier über diesen Fall berichtet, sie das aber so darstellen, dass sie sich fragen, wie kann das sein, dass in Chemnitz, wo doch da diese rechten Riots waren, dass wenn Leute dort ein Video anklicken, um sich informieren zu wollen oder wenn sie sowas suchen, dass dann dieses Chemnitz-Video ganz oben erscheint. Und das war das Thema in der New York Times. Und jetzt ist das nicht überraschend oder sowas. Ich meine, das ist mir völlig klar, ich bin ja nicht der Erste, dem das passiert. Da gibt es Leute, die sind weitaus mehr, werden die angegriffen und verleumdet oder wie auch immer. Aber ich muss schon sagen, so ein bisschen wurmt mich das schon. Es ist jetzt nicht so, dass mich das die ganze Zeit beschäftigt, aber es wurmt mich. Ich meine, Amerika, ich habe eigentlich zum Volk von Amerika und auch zur Kultur doch ein positives Verhältnis. Ich war mal ein Jahr in Amerika in jungen Jahren und ich mag das eigentlich. Und das ist dann schon irgendwie blöd, wenn dann sozusagen von all dem, was ich hier mache. Ich meine, ich mache jahrelang schon und mache so viele Programme und spreche öffentlich. Und wie das dann dargestellt wird, das ist dann schon irgendwie komisch. Und dann frage ich mich halt, wie kommt das so weit? Was passiert da eigentlich? Wie kann es sein, dass sich die Dinge so verdrehen? Und meine Herangehensweise ist jetzt nicht, dass ich jetzt da große Schimpfen anfange oder sage, Lügenpresse und so weiter. Weil diese ganze Aufregung, das sind ja diese Emotionen, das sorgt ja noch viel mehr dazu, dass dieser Spalt auseinander geht. Sondern ich versuche wirklich zu verstehen halt, was passiert da? Wie kann das sein, dass Berichterstattungen komplett umgedreht werden? Wie kann das sein, dass Leute auf einen Dinge projizieren? Also jetzt auf mich oder auch auf nur wie so. Es gibt so viele Beispiele, aber ich spreche ja jetzt von unserer Position aus, dass das da irgendwas Rechtes wäre. Ich meine, wie kann das sein? Wo es offensichtlich nicht ist. Da frage ich mich halt, wie geht das so? Und wie gesagt, ich vermute jetzt nicht hinter jedem immer gleich, dass was ganz Schlimmes ist. Ah, der ist irgendwie bösartig oder fies oder macht das nur für Geld, ist ein gekaufter Agent von was weiß ich. Das gibt es auch. Aber grundsätzlich denke ich mir erst mal so, was ist da los in den Menschen? Und ich komme halt zu dem Ergebnis, dass jetzt gerade, wenn ich über dieses Beispiel Chemnitz rede, dass dort wirklich Menschen eine ernsthafte oder echte Angst haben, eine echte Sorge in sich drin haben, dass Deutschland wieder so einen Rechtsruck machen könnte, der irgendwie vergleichbar ist mit dem, was in den 30er Jahren gewesen ist. Ganz ehrlich, das ist für mich aus meiner Sicht eine nicht wirklich begründbare Angst. Also die Angst geht ja noch weiter, also die Angst vor diesem Rechtsruck und dieser Rechtsruck, da haben die Leute Angst, dass das so aus dem Osten kommt, die neuen Bundesländer, insbesondere Sachsen. Es dient auch permanent so als Projektionsfläche. Und ich lebe in Sachsen und arbeite hier in Sachsen und deswegen ist das auch ein Thema, was uns einfach angeht. Und ganz ehrlich, diese Angst, ich kann das nachvollziehen, also ich kann die auch fühlen so, okay, da ist jemand da wirklich die Sorge so. Und wenn ich diese Sorge hätte, dann würde ich aus der Sorge heraus vielleicht auch irgendwie handeln, weil ich habe auch keinen Bock, dass es irgendwie Zustände gibt wie Ende 30er, Anfang 40er Jahre oder sowas. Das ist mal völlig klar, das ist auch überhaupt nicht, wo wir hinwollen. Aber ganz ehrlich, ich sehe das nicht als so akute Bedrohung an. Wenn ich jetzt mir Sachsen anschaue oder auch Chemnitz, wo ich erlebe in der Stadt, dann sehe ich das nicht. Und so entstehen diese unterschiedlichen Realitäten. Ich sehe das, was in meiner Stadt passiert, so ganz direkt und ich sehe die Probleme, die es da gibt. Und jemand, der in einer anderen Filterblase drin ist, hat diese wirklich tiefe Angst davor, dass da ernsthaft unser Rechtsstaat, unser aufgeklärtes demokratisches Verständnis, dass das alles irgendwie verschwinden würde. Und aus dieser Angst heraus, glaube ich, entsteht halt ganz, ganz viel von diesen Emotionen und dann der Druck. Und das sorgt letztens dafür, dass eben Dinge in die Spaltung gehen. Also das ist mal so, wie ich das selbst so erlebt habe. Und wie gesagt, ich mache mir da echt viele Gedanken drüber, wie das ist mit diesen Filterblasen. Und das sehe ich wirklich als eine Herausforderung an für unsere, jetzt wollte ich schon sagen Generationen, aber es ist nicht nur eine Frage der Generationen, sondern es ist für uns, die wir halt jetzt leben, dass wir diese Herausforderungen annehmen. Wie gehen wir mit all den Informationen um, die wir haben? Wie gehen wir mit um, dass es offensichtlich ganz unterschiedliche Weltbilder auch so ist? Und wie können wir damit umgehen? Das ist so die Frage. Jetzt möchte ich erst mal so anhand von drei Beispielen möchte ich das heute mal darlegen. Diese, aus meiner Sicht, dieser Kontrast zwischen dem, was wirklich ist, und dem, wie man das wahrnimmt. Und drei Beispiele habe ich dafür. Und das erste ist aus dem letzten Dezember, also immer noch relativ aktuell. Und die meisten von euch werden das mitbekommen haben. Das ist der Fall Klaas Relotius. Die hier eine Spiegelaffäre. Man kann nicht sagen die Spiegelaffäre, weil den Titel gibt es schon, aber eine weitere Spiegelaffäre, möchte ich sagen. Was ist passiert? Da gibt es also diesen jungen Starreporter, Klaas Relotius heißt der, und der ist tatsächlich relativ jung, Anfang 30 noch. Und da ist jetzt rausgekommen, letzten Dezember ist es rausgekommen, dass dem seine Reportagen, und der hat richtig lange Reportagen gemacht, über mehrere Seiten im Spiegel, mittlerweile, dass ein Großteil, und mittlerweile kann man schon sagen, fast alles, fast alles, ist man glaube ich sicher zu sagen, dass ein Großteil von dem Material, was der geliefert hat, einfach frei erfunden war. Frei erfunden. Und das waren beeindruckende Reportagen, für die, die nicht nur im Spiegel gern gesehen waren, sondern für die, der Preise bekommen hat. Tatsächlich kann man das sagen, Klaas Relotius war so der Star, nicht nur beim Spiegel, sondern der Starreporter, der Starjournalist aus seiner ganzen Generationen. Wie so eine Art Wunderkind, der in jungen Jahren schon echt wirklich haufenweise Preise abräumt. Es geht also hier nicht nur darum, den Spiegel zu bashen, sondern es geht darum, tatsächlich unsere etablierte Medienmannschaft, unsere Landschaft, das Establishment, das jetzt hier anzusprechen. Denn, wie gesagt, der Relotius hat Preise bekommen, jede Menge so für seine Reportagen. Und die Reportagen, die haben schon von den Themen her eine gewisse Relevanz. Ich meine, er hat Reportagen gemacht über, hier zwei Kinder im Syrienkrieg, auch dann dramatisch, auch immer mit ganz viel Human-Faktor, weißt du, so die Gefühle von den Kindern beschreiben, wie das dann Lied singt, das Kind und so weiter. Und die Storys sind komplett erfunden. Der hat Storys gemacht, die also schon eine Relevanz haben. Es ist jetzt nicht so, dass es jetzt nur, wir wissen, man kann nicht alles glauben, was in der Zeitung steht, das wissen wir schon lange so. Aber hier reden wir jetzt ja wirklich von einem Segment von Journalismus, was man als hochqualitativ ansieht. Und gerade der Spiegel hat ja das schon immer für sich als Qualitätsmerkmal rausgestellt und haben sich da ein bisschen dicke auch. Weltweit vom Anspruch her sagt ja der Spiegel, wir sind wirklich so die Leute, die am nächsten an der Wahrheit sind. Tatsächlich ist es so, der Spiegel leistet sich, und es tut kein anderes Printmedium weltweit, das ist wirklich so, leistet sich eine 60-köpfige Expertenabteilung, das ist die sogenannte Dokumentation. Das ist eine eigene Abteilung, 60 Leute dort, alle gut bezahlt, muss man auch sagen. Und deren einziger Job ist es, nachzuprüfen, ob im Spiegel drin irgendein Wort steht, was falsch ist. Also die überprüfen wirklich aus dem Print, und das Spiegel hat jedes Mal an die 200 Seiten, jedes Wort, das überprüft, ob da irgendwas Falsches ist. Und da sind die total kleinlich, die schauen auf Details. Wenn du in der Reportage schreibst, wie eben hier dieser Relotius aus irgendeiner amerikanischen Kleinstadt, und der Spiegel hat auch immer diesen Stil, dass sie so das beschreiben, ja, der Wind weht vom Westen, leichte Schauerwolken heran, dann prüfen die das von der Dokumentation nach, ob wirklich das Wetter gestimmt hat. Das ist, was die machen, so kleinlich sind die so. Auf der anderen Seite fragt man sich aber, wie kann es dann sein, wenn die da so einen Aufwand betreiben, dass die dann die offensichtlichen Lügen, die ihnen auf den Tisch kommen, gar nicht sehr kennen. Wie kann das sein? Ich meine, die leisten sich so eine riesen Abteilung. Guck mal, ich meine, wir sind ja alternative Medien, so. Ich meine, ey, auch bei mir passieren Fehler. Manchmal schleichen sich auch bei mir Dinge ein, die ich danach korrigieren müsste oder so weiter, weil wir das eben nicht haben, wir haben keine Dokumentationsabteilung. Ich meine, alles, was wir serviert bekommen, ob es von mir ist oder von den Kollegen hier, das ist die Arbeit von den Leuten selbst. Beim Spiegel haben sie so eine riesen Abteilung und trotzdem sehen sie aber die großen Unwahrheiten nicht. Da sehen sie den Wald vor lauter Bäumen nicht. Im kleinen Detail wird alles nachgeschrieben, wo man sagt, das wäre doch letztens egal, ob es jetzt fünf Grad mehr oder weniger hatte an diesem Novembertag in Fergus Wells. Das interessiert doch keinen, ne? Ja gut, aber eben dieser Relotius, was man eben sagen muss, dem seine Reportagen, die haben auch ein politisches Gewicht. Das darf man nicht unterschätzen. Ich meine, wenn Relotius beispielsweise eine Reportage macht über den Syrienkrieg, über die Zustände in Syrien, und er schafft es eben, dafür hat er die Preise bekommen, er schafft es eben, diese Inhalte so darzustellen, mit so vielen Emotionen auch, so eine menschliche Story, dass das die Leute wiederum in ihrer Meinung bildet. Wenn du diese Stories liest, dann, aus diesen Stories entstehen dann feste Dogmen oder Weltbilder, die man hat, so sind also die Zustände dort in Syrien. Und dann wiederum aus diesen Weltbildern entsteht dann Politik. Denn das muss man auch ganz klar sagen, so die Leute, die Politik machen, also ich rede jetzt von den ganzen Abgeordneten und so weiter, die sitzen in derselben Filterblase drin. Bei denen ist es nicht sehr viel anders als bei den Journalisten. Also ich meine, es gibt definitiv Leute so, die haben schon wirklich eine Agenda und die sind vielleicht auch in die eine oder andere größere Agenda, die läuft vielleicht auch bis zum Gewissen gerade, wie soll ich sagen, eingeweiht oder Wissen davon. Aber ich schätze mal, die meisten, die dort in Berlin einfach ihre Abgeordnetenarbeit machen, in irgendwelchen Ausschüssen sitzen, die sind letztens in derselben Medienfilterblase wie die Medien. Das ist wirklich das Gleiche so. Und die kommen dort nicht raus. Das ist, was die sehen. Das ist die Information, die sie haben. Und aufgrund von den Informationen machen sie dann Politik. Wenn aber die Informationen falsch sind, dann kann am Ende auch keine vernünftige oder konstruktive Entscheidung kommen, was ist das Richtige zu tun. Und das haben wir bei ganz, ganz vielen Themen, die heutzutage halt uns beschäftigen und die Herausforderungen sind für Menschen in unserer Zeit. Es ist ja nicht so, dass es da nichts zu tun gäbe politisch. Es sind viele Dinge, jetzt Herausforderungen da, aber wir kommen oft gar nicht zu den richtigen Entscheidungen, weil schon die Wahrnehmung und die Informationen, die man hat, auf deren Grund man eine Entscheidung trifft, die sind halt oft schon verkehrt. Und beim Spiegel ist es halt so, dass bei diesem Fall Relotius ist es so, der hat halt letzten Endes, hat er nur das geschrieben, was die halt hören wollten. Das ist es. Und so gesehen könnte man schon fast dem Relotius so als eine Art Eulenspiegel sehen. Das kann man nicht wirklich, weil der hat es nicht gemacht, um dem Spiegel den Spiegel vorzuhalten. Das ist das, was eigentlich passiert ist. Aber der hat es schon gemacht, aus Egomotiven auch. Das hat mir gut gefallen, ja, Big Star und, weißt du, jung und berühmt und anerkannt. Das hat mir schon gefallen so. Aber letzten Endes, was passiert ist, es wurde dem Spiegel der Spiegel vorgehalten. Und der Spiegel selber stellt sich aber wieder hin, wie gesagt, hey, boah, das ist unglaublich, da der Relotius, dieser böse Typ, kriminelle Energie. Es wird sozusagen die ganze Verantwortung auf ihn geschoben und man selber stellt sich als Opfer dar. Ja, da können auch wir nichts dafür. Aber das Entscheidende ist doch, und das müsste man sich wirklich beim Spiegel doch fragen, und auch bei den anderen etablierten Medienlandschaften, wie konnten wir uns eigentlich so täuschen lassen? Das ist doch das Ding. Wie ging das so einfacher? Obwohl wir doch schon Qualitätssicherung machen und das alles nachprüfen, dass sich dann keine falschen Nachrichten und Fakten reinschleichen, wie kann es denn sein, dass da ein Relotius über Jahre hinweg in den verschiedensten Themen immer wieder mit reiner Fiktion durchkommt? Ja, der Grund ist, weil der halt das geschrieben hat, was die Leute hören wollten. Der hat das geschrieben, was sie erwarten. Und bestätigt das sozusagen nur. Und diese Bestätigung wieder verfestigt nochmal ein Weltbild, was man hat. Und diesen Mechanismus, den kannst du bei ganz, ganz vielen Themen erkennen. Deswegen ist dieser Fall Relotius so interessant, weil der das bei verschiedenen Themen zeigt. Die eine Reportage, die er gemacht hat über diese amerikanische Kleinstadt, Fergus Falls, Fergus Wells oder so ähnlich, die tatsächlich existiert. Er war auch dort, aber alles, was er dort schreibt, ist komplett erfunden. Die Idee war halt, der macht eine Reportage in einer amerikanischen Kleinstadt, um halt sozusagen den Trump-Wähler zu charakterisieren, um dieses Profil, was der Trump-Wähler hat, um das so hervorzuheben. Aber damit geht es schon los. Man hat schon von vornherein eine Vorstellung, wie der Trump-Wähler überhaupt ist. Aber selbst das ist eben nur ein Vorteil, das ist eine Meinung. Und genau, die hat der Relotius halt serviert. Und der fährt hin nach Fergus Falls und sucht die stupiden Trump-Wähler, also wie man sich das halt vorstellt. Das sind irgendwie grumpy, white man, unzufrieden mit allem und irgendwie so ein bisschen so redneck, also mangelnde Bildung und all dem Kram. Und er kommt in diese amerikanische Kleinstadt, wo auch tatsächlich, was weiß ich, die Hälfte oder ein bisschen mehr Trump gewählt haben. Und er findet aber diesen Typus gar nicht, den er sucht. Findet er gar nicht. Sondern er findet halt eine amerikanische Kleinstadt mit den verschiedensten Bevölkerungsgruppen. Da gibt es solche und solche, aber insgesamt halt ein angenehmes Leben. Und es ist dort nicht so, wie er sich das vorstellt, dass diese Städte geprägt sind von Rassismus, von bösen Weißen und Stress zwischen Weißen und Schwarzen Latinos. Das ist gar nicht so. In der Kleinstadt, die Leute organisieren sich dort super so. Und das ist halt, es ist sozusagen das, was er sieht, entspricht einfach nicht dem, was die Erwartungshaltung ist. Das ist, und er ist dort fort und er kann sozusagen die Erwartungshaltung nicht erfüllen. Also was macht er als pfiffiger Journalist? Hey, ich kann jetzt nicht die Wahrheit schreiben, weil das interessiert dort keinen. Die Leute wollen ja sehen, die wollen sich bestätigt fühlen in diesem Vorteil, was man hat gegenüber dem Trump-Wähler. Und so hat das Relotius gemacht und sowas bei all den Reportagen, die er gemacht hat. Und das sind durchaus eben politisch relevante Sachen, weil es geht eben nicht um jetzt irgendwie Sport oder sowas oder nur Yellow Press, was irgendwelche Promi-Geschichten. Nein, wir reden ja wirklich von Reportagen, die ein Weltbild auch festigen. Und aus diesem Weltbild heraus wird wiederum Politik gemacht oder wird die Welt gesehen. Und aus diesem Weltbild heraus kommen Meinungen und Analysen, aber die sind schon falsch, wenn die Informationen schon falsch sind. Das ist das Problem. Jetzt beim Spiegel, ich muss es gestehen, so ganz ehrlich, als das rausgekommen ist im Dezember, auch ich habe schon durchaus klammheimlich ein wenig Freude empfunden, ein wenig Schadenfreude. Ich weiß, es geht ja eher darum, Brücken zu bauen und es geht mir nicht darum, so mit dem Finger zu sagen, ha, guck dir an. Aber ich muss zugeben, es hat mir beim Spiegel schon ein wenig Schadenfreude auch gegeben, ausgerechnet der Spiegel. Weil die sich eben immer so groß tun mit ihrer Qualitätssicherung und so. Beim Spiegel ist es ja so, wir haben gegründet von Rudolf Augstein und da in der Spiegelzentrale, da prangt er ganz groß so als Mantra, der Leitspruch des Spiegel, wie ihn Rudolf Augstein geprägt hat. Und das ist eigentlich ein ziemlich guter Leitspruch, denn der ist ganz kurz. Und der Leitspruch des Spiegel von Rudolf Augstein ist, sagen, was ist. Nur diese drei Worte. Sagen, was ist. Das ist eigentlich genau richtig. Wirklich nur das Sagen, was ist. Das ist, was der Spiegel sich vorgenommen hat. Und das ist halt offensichtlich ein völliger Verstoß zu dem, wie sich das heute darstellt. Obwohl der Spiegel dieses Mantra so hoch hält und jeder darauf gebrieft wird, das ist eigentlich unsere Tradition. Das sind unsere Werte, die wir als Journalisten verkörpern wollen, aber die Wahrheit ist eine ganz andere. Sie sagen eben nicht, was ist. Sondern im Gegenteil, wenn du sagst, was ist und das aber nicht in die Vorstellung passt, dann wird man halt stigmatisiert. Dann geht dieser Abwehrkampf los. Und stigmatisieren kann man in die verschiedensten Richtungen. Es geht auch halt darum, was für ein Thema ist. Es gibt da heute unglaublich viele Schubladen, Stigmen, die man den Leuten aufpacken kann. Am beliebtesten ist es natürlich hier rechts. Aber ich meine, genauso auch hier, der ist links. Der ist ein Islamist. Der ist, was weiß ich, ein Klimaleugner oder sowas. Es gibt da zig so Stigmen. Aber ich meine, wir müssen wieder dahin kommen, sagen, was ist. Das ist zum Beispiel, was eben aus meiner Sicht ich hier aus Chemnitz gemacht habe. Ich habe gesagt, was ist, was meine Wahrnehmung entspricht, was ich selbst erlebt habe. Das ist, was ich erzählt habe. Und gesagt habe, hey, das ist nicht in Ordnung. Aber wenn das eben nicht in das Weltbild reinpasst, dann kommt so ein Abwehrmechanismus. Man kämpft da in seiner Burg. Das ist so ein Weltbild und Ego. Das ist wirklich wie, da sitzt einer in seiner Burg und fühlt sich angegriffen. Boah, da kommt wieder was. Und das muss ich verteidigen. Obwohl es schon gar nicht mehr darum geht, ob dieses Weltbild, ob das überhaupt noch einen echten Bezug hat. Das spielt dann gar keine Rolle mehr. Ja, und beim Spiegel, wie gesagt, ich muss ganz ehrlich gestehen, ich habe mich da schon ein bisschen Schadenfreude auch empfunden. Weil eben der Spiegel selber dieses Image hochhält, hey, wir sind die Wahrheit. Wir sind das beste Printmedium. Nicht nur in Deutschland, sondern in Europa. Ja, sogar weltweit. Also Spiegel hat echt immer so ein bisschen auch den Kopf oben. Und ich selber war ja, ich habe so viel Spiegel gelesen. Früher, in jüngeren Jahren, ich habe mal ein Spiegel-Abo gehabt. Das war so mein Zwanziger. Und da habe ich wirklich über zwei Jahre, glaube ich, jeden Artikel gelesen, der im Spiegel erschienen ist. Jeder. Jede Woche habe ich das komplette Ding durchgelesen, egal welcher Themenbereich, alles. Vom ersten bis zum letzten, außer die Werbung, die auch die Hälfte vielleicht ausmacht. Jeden Artikel habe ich gelesen, zwei Jahre lang. Also ich kenne das Magazin gut. Und der Spiegel ist halt schon auch in den letzten Jahren aufgefallen, bei einigen wirklich größeren Themen halt die Leute in eine falsche Richtung zu schieben. Und es reicht mal hier so ein Blick auf ein paar Titelbilder aus den letzten Jahren. Ich habe mir mal ein paar mitgebracht hier. Das hier als erstes, das ist noch nicht so lange her. Das ist hier 1.9.2018. Das heißt, das ist die erste Spiegel-Ausgabe, nachdem Chemnitz groß ins Rampenlicht geraten ist. Durch die Ereignisse hier nach dem Stadtfest oder rund um das Chemnitzer Stadtfest. Das ist also ziemlich neu. Und ich meine, was steht dort? Sachsen, wenn Rechte nach der Macht greifen. Ich meine, das ist einiges problematisch an diesem Cover hier. Ich meine, allein schon hier die Wortwahl. Rechte, Macht greifen. Wisst ihr, ich meine, wir sind, also meine Generation auch, ich weiß nicht, wie es bei Jüngeren ist, aber wir sind sozialisiert ja auch mit gewissen Begriffen. Und Machtergreifung, das gibt es nur in einem einzigen Kontext. Machtergreifung beschreibt 1933, wie Hitler und die NSDAP an die Macht gekommen sind. Das nennt man Machtergreifung. Das ist sowieso ein problematisches Wort überhaupt, weil wer hat nach der Macht gegriffen? War das wirklich so? Aber was ich damit sagen will, ist, dass das eine klare Assoziation im Kopf auslöst. Machtergreifung. Sachsen, hier droht es, hier wird es ernst. Da wird so ein Bild gezeichnet, als ob in Sachsen so eine Situation wäre, wie in Deutschland 1932, 1933. Und das stimmt einfach nicht. Also ganz ehrlich, Leute, das ist weit weg. Ich meine, wir mögen in Sachsen genauso wie in anderen Bundesländern, genauso wie in anderen Ländern hier in Europa und sonst wo auf der Welt, haben wir natürlich einen gewissen Pluralismus. Wir haben die verschiedensten Leute so. Und mit Sicherheit gibt es auch eine Rechte und auch wahrscheinlich eine rechtsextreme Szene. Aber welche Bedeutung hat die? Welche Relevanz hat die? Wie groß ist die? 1933, als es tatsächlich dann diese NSDAP-Machtergreifung gab, was ist damals passiert? Ich meine, da hatten wir schon im Vorfeld wirklich Zehntausende von Parteisoldaten, SA-Aufmärsche und all diese Dinge. Natürlich von der linken Seite genauso. Aber das hat ein Ausmaß gehabt, davon sind wir heute so weit weg. Es gibt es nicht. Es droht in Sachsen keine Machtübernahme von Rechten. Das ist einfach nicht wahr. Also das ist auch völlig aus der Luft gegriffen. Aber jetzt gibt es halt Leute, die jetzt eben diese Angst sowieso schon haben. Ah, Angst vor Rechts. Und das kann ich wiederum verstehen. Ja, weil niemand, der vernünftig ist, der möchte irgendwie einen Polizeistaat wie in den 30er Jahren haben und Konzentrationslager und solche Geschichten. Kein Mensch will das haben. Oder das werden nur ganz wenige sein so. Aber jetzt zu glauben, dass das droht, wenn man jetzt nicht sofort wirklich politisch was dagegen wirft, ist eine völlige Verkennung von dem Zustand in der Stadt Chemnitz und auch hier in Sachsen. Also da, das sehe ich gerade nicht kommen. Ganz ehrlich, das ist für mich so eben diese Filterblase, wo eine gewisse Erwartungshaltung ist und auch was projiziert wird. Also in dem Fall sind halt wir Sachsen, das sind die Projektionsfläche. Anderes Cover hier vom, nee, genau, noch eine andere Geschichte auch, wo der Spiegel eben nicht sagt, was ist. Nur ein kleines Beispiel, das war vor, wann war es? Vor zwei, drei Jahren oder sowas. Da geht es um die Spiegel-Bestsellerliste von Büchern. Und das ist auch durchaus wichtig, ja, weil daran orientieren sich eine Menge Leute. Der Spiegel ist ein riesen Printmedium, auch Kultur, es geht nicht nur um Politik. Und diese Bestsellerlisten, daran orientieren sich Leute. Und da hat man damals, vor ein paar Jahren war das erst, hat man ein Buch einfach rauszensiert aus der Bestsellerliste, von einer Woche auf die andere. Und das war das Buch Finis Germania von Rolf-Peter Sieferle. Jetzt völlig unabhängig, ob man das Buch mag oder nicht, mit dem Inhalt d'accord geht oder nicht, spielt das überhaupt keine Rolle so. Ob du das als sympathische Literatur siehst oder ob das sozusagen die Literatur des politischen Gegners ist, spielt auch keine Rolle. Die Spiegel-Bestsellerliste oder jede Bestsellerliste hat den Zweck zu zeigen, zu spiegeln eben, deswegen heißt er der Spiegel-Spiegel. Der soll ja ein Spiegel sein von der Realität, von dem was ist, von der Gesellschaft. Wenn dort so ein Buch drin ist, dann gehört das da in diese Liste rein. Wenn das de facto das sechsten meiste verkaufte Buch war in diesem Monat, dann gehört das in diese Liste. Der Spiegel hat das rauszensiert und es ist dann diese Liste erschienen, ist dann einfach nicht mehr da. Das fehlt einfach. Das ist aber nicht mehr sagen, was ist. Und wie gesagt, das geht mir jetzt überhaupt nicht darum, das war ein gutes Buch und deswegen ist es verborgen worden. Ich habe das Buch nicht gelesen. Aber selbst wenn es das Buch ist von deinem politischen Gegner, ist es doch trotzdem wichtig zu sehen, hey, wie ist die Realität? Dann wäre es doch interessant, hey, guck mal, so ein Buch landet auf Platz 6 in Deutschland an der Bestsellerliste. Und nur dafür dient diese Bestsellerliste, dass du das so vielleicht ein bisschen analysieren kannst. Was lesen Leute, was interessiert die Leute? Einfach um ein bisschen den Zeitgeist zu verstehen. Aber ich meine, das ist genau die, eben nicht sagen, was ist. Das ist die Augen zumachen. Ich will das nicht sehen. Ich will das nicht wahrnehmen, dass dieses Buch dort erscheint. Und dann blende man es einfach raus. Aber das ist genau dieser Mechanismus und dieses Muster, wo du dann halt zu völlig falschen Klüssen kommst. Weil wenn du die Dinge einfach ausblendest, die dir unangenehm sind, wenn du da einfach die Augen zumachst davor, ja, dann kannst du nicht, dann hast du einen Realitätsverlust, einen Wahrnehmungsverlust. Das ist doch dann so, oder? Super Beispiel, finde ich hier. Sagen, was ist. Hier, jetzt habe ich auch noch so ein paar Titelbilder mitgebracht, die auch wirklich problematisch sind aus meiner Sicht. Und man könnte ganz viele finden, ich langwele euch ja jetzt nicht die ganze Zeit damit, aber ihr kennt die. Ich meine, wer macht so ein Titelbild? Ist das Sagen, was ist? Wir reden hier von einem US-Präsidenten, der hier mit so einem richtig fiesen Schlachtermesser in der Hand steht und der Freiheitsstatue den Kopf abgeschlagen hat, die da nur so rausblutet. Ich meine, ist das Sagen, was ist? Das ist reine Projektion. Das ist reine Projektion, dieser ganze Trump-Hype sowieso. Und ihr wisst, ich bin jetzt kein Trump-Supporter oder so. Ich habe hier schon äußerst kritisch mich geäußert über diese ganze QAnon-Geschichte und auch Trump. Ich traue dem Null über den Weg, aber es geht doch einfach mal darum anzuerkennen, okay, das ist halt der Präsident, den hat USA gewählt. Da musst du dem mit so einem Mindestmaß an Respekt begegnen und kannst du nicht so von vornherein dann so diese Dinge rein projizieren. Und das war ja dann auch, das ist auch übrigens alles, von dem ich rede, das ist kein rein deutsches Problem. Das ist größer, das ist international, das ist in Amerika nicht anders und auch nicht nur in der westlichen Welt ist das so. Aber in Amerika, ihr erinnert euch, als Trump gewählt wurde, manche Leute haben das Weinen angefangen. Die haben wirklich die Angst gehabt, jetzt wird Amerika zu einem SS-Staat oder so. Und da hat er angekündigt, Hollywood-Stars, verlassenes Land und so, alles, von dem ist auch nichts passiert. Weil letztens, wenn man merkt, im Alltag hat sich nicht wirklich viel verändert. Das ist im Grunde, das ist nicht so sehr anders als vorher. Was ja auch eigentlich schon klar war, aber die Leute haben wirklich eine Angst gehabt. Wow, ey, wenn der kommt, dann haben wir Faschismus. Aber ich meine, so einfach ist es nicht. Ja, noch zwei, drei weitere hier. Das ist auch so, ich bin das Volk, das Zeitalter der Autokraten. Und da werden sie, ich meine, allein schon die Darstellungen, wie die dargestellt werden. Trump, Putin, Erdogan und dann haben wir hier, wer ist das überhaupt, wahrscheinlich hier von China. Das ist eine reine Projektion. Das ist eine reine Meinung, die man von vornherein hat. Also einfach auch null Respekt dafür, dass halt andere Länder, andere Kulturen, vielleicht auch einen anderen Politikstil entwickeln. Auch das, dass man das einfach respektiert. Dass man es einfach erstmal respektiert. Okay, der amerikanische Präsident ist halt dieser Mann, da muss ich mit dem mit Respekt umgehen. Der russische Präsident genauso, dem muss ich mit Respekt umgehen. Das heißt ja nicht, dass man da devot sein müsste, aber du musst das einfach mal respektieren. Und das ist schon eine Anmaßung, wenn man glaubt, eine erhöhte Moralposition zu haben und den anderen Ländern dann so zeigt, hey, das was ich hier mache, das ist in Ordnung, das sind alles Populisten. Ganz ehrlich, da denke ich mir auch wieder, wie absurd das doch ist. Wenn man so denkt, dann tappt man doch selber wieder in so eine Falle, die wir Deutschen eigentlich gelernt haben wollen. Weil du bist dann wieder in so einer Position, dass du als Deutscher der Welt erklärst, was richtig ist. Das ist doch peinlich. Ich meine, es ist genau das Problem, was es vor drei, vier Generationen gab, hier wo man halt gedacht hat, ja, wir sind die Größten und wir zeigen das der Welt und so weiter. Und alle müssen das machen wie wir. Das war ein bisschen zu hoch auf dem Ross gesessen. Aber jetzt ist es doch nicht anders. So gesehen ist es typisch deutsch, wenn du meinst, du kannst, deine Moralvorstellungen, die wie gesagt auch nur Moral sind, das ist kein Naturrecht, das ist nichts, was von innen kommt. Moral, das ist eine Sitte, das hat auch mit Mode zu tun. Wenn du diesen Maßstab nimmst und dann der ganzen Welt raufdrücken willst, das geht doch nicht. Ich meine, du musst denen mit Respekt begegnen. Aber hey, ich meine, jetzt diese ganzen Relotius-Geschichten sind ja letztens noch alles Kleinkram. Wenn man es vergleicht mit den richtig großen, Russen, ja, und da komme ich, glaube ich, dann doch nicht um den Begriff rum, auch Lügen zu benutzen, wenn man sich zum Beispiel an diese Geschichte erinnert. Stoppt Putin jetzt? Und das sind die Bilder von all den Menschen, die bei diesem, was MH17, glaube ich, bei dem malaysischen Flugzeug, was über der Ukraine abgestürzt ist, vor ein paar Jahren, wo man gesagt hat, das waren die Russen. Was bis heute ja noch nicht wirklich klar ist, was da eigentlich passiert ist. Aber damals, ohne, das ist irgendwie klar, heute ist immer noch klar, aber damals war es erst recht nicht klar, schiebt man da sofort Putin die Schuld zu. Und das sind jetzt Dinge, hier reden wir jetzt schon von ernsthaften Sachen, hier reden wir von Fragen von Krieg und Frieden. Und wenn schon bei harmlosen Dingen wir nicht zu einer sinnvollen Politik kommen, weil man eben die falschen Informationen hat, weil man eine falsche Analyse macht, falsche Bestandsaufnahme macht, weil man eben geprägt ist von irgendwelchen Meinungen und Weltbildern, spätestens hier wird es gefährlich, wenn wir auf solchen falschen Weltbildern Außenpolitik machen. Und dann daraus vielleicht, das kann bis zu Fragen gehen von Krieg und Frieden. Und dann ist es wirklich ernst. Und eins habe ich noch da, weil dann wird es noch größer vorbei. Bei der Ukraine wollte ich auch noch erwähnen, das ist jetzt hier MH17, aber auch schon diese ganze Geschichte rund um den Maidan. und ähnliche, da gibt es so zig Beispiele dafür, Arabischer Frühling und so weiter. Dort auch die ganze Berichterstattung, da ganz ehrlich, da fällt es mir dann schon schwer, nur zu sagen, na okay, das sind halt Leute, die sind ja Filterblase und deswegen hat der einfach, der kann die Wahrheit nicht sehen. Weil bei Maidan, was in der Ukraine passiert ist, da sind die Verdrehungen dann schon so groß, dass ich dann, weißt du, da fällt es mir schon schwer, nicht von Manipulation auszugehen. Insbesondere, weil man eben sagen muss, dass das ganze Bildmaterial, was damals bei Maidan passiert ist, dieses Bildmaterial, das ist ja entstanden von den großen westlichen Mediengesellschaften, die großen Fernsehgesellschaften, die da auf den Hotels oben waren, hier kann man es installiert haben. Das heißt, die haben aus erster Hand, das ist ja ihr Bildmaterial. Und wenn du das dann abends, also als Redakteur, weißt du, wenn das das Material ist und du stellst dann einen Beitrag zusammen, der das komplette Gegenteil zeigt, dann, glaube ich, kann man sich nicht mehr rausreden mit, ja, das ist halt eine falsche Wahrnehmung, weil der halt in seiner Filterblase sitzt. Und da ist es dann, glaube ich, echt schon angebracht und auch von Manipulation zu reden. Das ist auch der Grund, warum diese Ukraine-Krise, dass dann auch viele Leute, gerade auch bei uns in Deutschland, aufgewühlt haben, weil das einfach dann zu offensichtlich war. Der Unterschied zwischen Schein und Sein, ganz, ganz stark. Aber hier kommen wir noch zu einem hier, weil es ist einfach die Mutter aller Lügen, so in unserer Zeit. 9-11. Und da frage ich mich, weißt du, hey, was soll denn eure 60-köpfige Expertenkommission, Expertengruppe, die Alben Spiegel immer gucken, ob alles der Wahrheit entspricht. Aber ich meine, die Dinge, da geht ihr auf Pancake-Theorie oder was? Come on. Ich meine, ich würde sich das ganze Thema 9-11 aufrollen. Ich bin mir sicher, so ziemlich jeder von euch weiß, wie sehr dort Narrative so entwickelt wurden. Und ganz ehrlich, 9-11 ist halt so, wenn du dich wirklich damit beschäftigst, dann kannst du nicht dieses Grundnarrativ nachstricken. Wenn du dich nicht damit beschäftigst, dann ist es halt eine Meinung, die du haben kannst. Ja, kann ja jeder alles meinen. Ja, ich meine so. Aber wenn du dich damit beschäftigst, dann kannst du auf dem Zug nicht mehr auffahren. Also das muss man dann schon sehr kritisch auch anmerken. Ja, hier beim Spiegel. Ja, soviel zu dieser Relotius-Geschichte. Es gibt, ich habe auch noch zwei weitere Beispiele, jetzt auch ziemlich aktuell, die eigentlich zeigen, in welcher seltsamen Blase in diesen verschiedenen Wahrnehmungen wir doch sind. Und wie irrational das doch auch zum Teil ist. Weil das ist auch, was mich vielleicht mit der meisten stört, diese Irrationalität. Das ist ja, bevor wir dazu kommen müssen, ich meine, irrational. Das heißt also so unvernünftig. Nun ist es ja so, als könnten manche sagen, ja was, Stoner, du redest von Vernunft und Rationalität? Aber ich meine, du bringst die ganze Zeit auch freaky shit hier zum Vorschein. Ja, das mache ich. Keine Frage. Ich meine, ich spreche ja auch über Themen, die echt kontrovers sind und die man aus verschiedenen Richtungen sehen kann. Aber aus meiner Sicht habe ich noch nie mich in die Irrationalität reinbegeben. So im Gegenteil. Also aus meiner Sicht ist es mal so eine gewisse Vernunft. Das ist immer so ein Anker, den ich habe. Also aus meiner Sicht so. Okay, bei manchen Dingen stelle ich Fragen, weiß ich nicht genau. Und manche Fragen können vielleicht auch wirklich freaky erscheinen. Aber jetzt ist es so, sind offensichtlich irrational. Also das versuche ich eigentlich nicht zu machen. Das klingt jetzt wirklich komisch, aber echt Vernunft ist eigentlich schon ein wichtiger Wert, finde ich, wenn man öffentlich und zu Menschen spricht. Aber so viel dazu. Weil vieles ist so irrational. Und das sind jetzt, zwei Beispiele habe ich dazu noch, die jetzt eben aktueller sind, die das noch mehr aufzeigen. Das eine ist wirklich ganz aktuell. Letzte Woche war es. Wir haben jetzt hier Ende Januar 2019. Und wir haben halt Winter. Es ist halt Ende Januar, wir haben halt Winter. Ich meine, im Winter ist es manchmal ein bisschen kälter bei uns. Es kann auch mal schneiden. Es kann auch mal in Minus gerade gehen. Das ist das Banalste der Welt. Aber das Wetter ist eben auch so ein wunderbares Beispiel. Das Wetter ist ständig am Wandeln. Und das war auch schon vor 100 Jahren so. Das ist so ein Mechanismus halt. So tickt der Mensch. Über das Wetter kannst du immer reden. Und das Wetter kannst du immer was reininterpretieren. Es ist zu heiß, es ist zu kalt, es ist zu trocken, es regnet zu viel. Also es ist immer so. Das Wetter ist fast schon immer so. Aber wie weit es in unserer heutigen Zeit geht, das hat sich letzte Woche gezeigt. Da haben wir in den, wo war es, ich glaube bei Twitter, da haben Politiker, gewisse Dinge, haben sich da zum Wetter geäußert. In erster Linie, oder als erstes hier Bärbel Höhn. Und Bärbel Höhn ist Politikerin von den Grünen. Und das ist jetzt nicht irgendeine Parteisoldatin in den unteren Rängen, sondern Bärbel Höhn, sondern Bärbel Höhn ist die Spitzenpolitikerin. Die war, wenn ich mich recht erinnere, noch in der Regierung Schröder auch schon Ministerin, Bundesministerin, ich glaube sogar Umweltministerin. Und ist, wenn ich mich jetzt erinnere, auch in Nordrhein-Westfalen immer noch auf Ministerebene. Also wir reden jetzt nicht von irgendeinem kleinen Fisch. Wir reden schon von den Leuten, die eine ganze Partei führen und deren Worte eben auch Gewicht haben. Und letzte Woche eben, was hat Bärbel Höhn getwittert zum kalten Winter? Ich zitiere das Wort. Ich lese mal vorher. Bärbel Höhn, Zitat. Die Hashtag Klimakrise zeigt Wirkung. Die nächsten Wochen soll kalte Polarluft unser Wetter bestimmen. Ein Zeichen, dass die Golfstromwirkung nicht mehr funktioniert. Ähnlich, wie wir es schon im Sommer erlebt haben. Genau das haben Klimaexperten vorausgesagt. Zitat Ende. Wow. Die Golfstromwirkung funktioniert nicht mehr. Echt jetzt? Also mal ganz kurz zurückgelehnt. Der Golfstrom, das ist ja, nur mit uns in Erinnerung rufen, das ist ein Fluss, der durch den Ozean geht. Der Ozean ist nicht einfach nur so ein Stillwasser, was da rumliegt. Nein, das ist lebendig. Und da gibt es Riesenflüsse. Flüsse sind zu wenig. Ein Strom. Der Golfstrom. Und das ist im Grunde warmes Wasser, was im Golf von Mexiko, deswegen heißt er so, warmes Wasser aus dem Golf von Mexiko, das fließt so die nordamerikanische Küste entlang und geht dann so via Grönland dann nach Osten und hat seine Ausläufer dann eben hier an der Atlantiküste Europas. Der Golfstrom ist der Grund, warum wir, obwohl wir relativ weit nördlich leben, wir sind Nordmenschen, wir sehen es an den Jahreszeiten und so weiter, aber warum wir hier leben können in Europa. Weil wenn du es vergeißt, du nimmst so eine Weltkarte und gehst mal den Breitengrad von dort, wo wir sind, einfach mal nach links oder rechts, wo endest du, dann kommst raus, das ist Sibirien und so, und dann auch Nordamerika, wo es dann im Winter schon ganz schön arg wird. Das ist bei uns angenehm. Selbst bis weit hoch in Norden rauf, Norwegen und so weiter. Nur wegen dem Golfstrom können wir überhaupt dort leben. Und der Golfstrom ist offensichtlich schon ganz lange da. Wir haben ja auch schon über Archäologie gesprochen und so weiter. Ja, es gab Eiszeiten und so weiter. Aber grundsätzlich funktioniert das schon ziemlich lange. Also ich meine, Europa hier, der Norden, Nordeuropa, Mitteleuropa, das ist schon ganz lange besiedelt auch. Also der Golfstrom ist schon wirklich, ich sage es mal so, wenn der Golfstrom abbricht, Leute, dann ist hier zappenduster, dann ist Feierabend. Ich meine, dann ist Europa nicht mehr, können wir so nicht mehr leben. Da kriegen wir Zustände wie in Sibirien oder sowas. Das wird dann unangenehm. Also, das ist so wie nur dazu. Wie kommt die Frau dazu, zu behaupten, die Golfstromwirkung funktioniert nicht mehr? Da reden wir jetzt wirklich von, nicht jetzt, ah, kleine Wetterirritierung. Das ist ja wirklich ein, fast schon ein Endzeitszenario, ein Untergangsszenario. Leute, wenn der Golfstrom abbricht, dann sind wir auf einmal diejenigen, die aus Europa fliehen müssen, auf der Welt anklopfen, ey, weißt du, wir können nicht mehr hier leben. Wenn das wäre. Das ist aber nicht so. Das spricht nichts dafür. Seit Jahrtausenden läuft das und auch jetzt spricht nichts dafür. Nur weil es jetzt im Winter kalt ist, heißt das nicht, dass die Golfstromheizung nicht mehr funktioniert. Und überhaupt, was ihr auch erzählt habt, von wochenlangen Kälte. Ich meine, erstens ist es im Winter, kann es wochenlang kalt sein, aber zweitens ist es eine Woche her und jetzt heute ist es schon nicht mehr so kalt. Aber so viel nur dazu, weil halt das Wetter sich permanent verändert. Wetter, Klima, das sind Dinge, die leben von der Veränderung. Aber ich meine, wie kann man sowas sagen? Wie kann man sowas behaupten? Das ist total irrational. Weißt du, ich meine, uns eins, wir reden hier in unserer Sendung manchmal auch über krasse Themen, Black Goo oder sowas, ja, und da könnt ihr mal auch sagen, das ist auch irrational. Aber ich sage auch, bei Black Goo, ich habe es noch nie wirklich gesehen, ich habe euch erzählt, was es da für Quellen gibt. Interessante Story, hier, guckt euch das mal an, bildet euer Urteil selber. Ich weiß es nicht genau so. Aber, ey, ich meine, sowas würde ich niemals öffentlich behaupten, wie kommt das, das ist irrational. Jetzt ist es so, es kriegt natürlich dann Zehntausende, das geht rum, Hunderttausende Likes und in dem Fall gab es aber dann auch eine Reprise, eine Antwort. Und die hat interessanterweise, der, heißt er Jörg, ich glaube ja schon, Jörg Kachelmann gegeben. Kachelmann. Kachelmann ist ja so der Wetterexperte in Deutschland. Und vor ein paar Jahren war er ganz, ganz groß, bevor er dann, das ist auch interessant, warum eigentlich, bevor er dann mit einer Schmutzkampagne überzogen wurde, justiziabel war gar nichts, er ist nichts irgendwie verurteilt worden, aber so sein Status als der Wettermann in Deutschland hat er ein bisschen verloren gehabt. Er war ja dann jeden Tag im Fernsehen, war schon ein TV-Star und so. Aber Kachelmann ist ja weiterhin im Geschäft. Der hat ja damals dann echt so ein ganzes Netz von meteorologischen Messstationen aufgebaut und so weiter und ist halt einer der Top-Meteorologen in Deutschland. Also kann man, glaube ich, so sagen. jetzt der Kachelmann, das ist wahrscheinlich bei dem jetzt auch eben langsam so der Punkt erreicht, wo man sagt, ich habe keinen Bock mehr auf diese Irrationalität. Also ich meine, jetzt geht es so weiter. Ich meine, jeder kann ja sagen, was er will, aber irgendwo ist so eine Grenze erreicht, wo man sagt, jetzt muss man was dagegen setzen. Sondern was hat Kachelmann, der hat eher so auf diesen Tweet, den ich euch gerade vorgelesen, dann hat er geantwortet. Auch öffentlich. Und das ist wirklich, die Dinge sind nachweisbar, aber es ist jetzt nicht so, heute Fake News, das wird jetzt der Höhen so untergeschoben. Nein, das ist, das ist, was die wirklich auf Twitter öffentlich sich ausgetauscht haben. Und der Kachelmann hat hier geantwortet, ich zitiere mal jetzt, was er geschrieben hat hier. Der Kachelmann hat hier geantwortet, Frau Höhn fantasiert frei von jeglicher Verbindung zur Wissenschaft. Es ist nicht wahr, dass die Golfstromheizung nicht mehr funktioniert. Es ist frei erfundener Blödsinn, wie die vier Wochen sibirische Kälte an sich. offensichtlich sind alle Dämme gebrochen. Zitat Ende. Das ist krass, oder, der Kontrast? Ich meine, da sagt er als Wissenschaftler, der sagt nicht nur, wie er sich ausdrückt, Leute, die Worte, der sagt nicht nur, naja, das stimmt nicht ganz, das ist ein bisschen, wir müssen uns umdrehen, sondern der sagt, es ist, er sagt, es ist Blödsinn. Blödsinn. Das stimmt gar nichts. Das ist Blödsinn, Unfug. Das ist sozusagen, was ein Kind sagt. Wenn ein Kind sich zum schwierigen Thema äußert, dann könnte man als Erwachsener sagen, naja, das ist halt kindlich, das ist Blödsinn. Aber hier reden wir, wir reden hier über eine Ministerin. Versteht ihr? Das ist echt ein Problem. Ganz ehrlich, wenn das so weit auseinander driftet, Rationalität und die Dinge zu bewerten, dann ist es genauso, wie es der Kachelmann schreibt, dann sind die Dämme gebrochen. Und das ist, was eben Leute da nervös macht. Weiteres Beispiel von Kachelmann, auch letzte Woche, es gab noch einen anderen Abgeordneten, auch der ist von den Grünen. Und wenn es jetzt hier, es ist jetzt kein Parteibashing. Es geht jetzt nicht darum, die Grünen sind so irrational, die anderen sind irgendwie rational. Sondern du kannst es wirklich in allen Parteien finden. Es ist ein Zeitgeistphänomen, von dem wir hier reden. Und in dem Fall trifft es halt jetzt gerade die Grünen, weil das jetzt ganz aktuell halt ist. Und eins von diesen großen Themen halt ist, die uns aktuell halt hier reingedrückt werden, das ist die Klimakrise, Klimawende. Übrigens, bei dem Thema Klimawende, ich meine, wie tief dort die Irrationalität geht, da möchte ich nur noch mal darauf hinweisen, wer von euch es noch nicht gesehen hat, schaut euch mal den Vortrag von Robert Stein an, den er letztes Jahr auf dem Regentreff gehalten hat. Es ist auch auf YouTube hier auch von Uwiso hochgeladen. Schaut euch den an, wenn ihr es noch nicht gesehen habt. Ich meine, nur mal ein paar Fakten zu bekommen. Wirklich großartiger Vortrag von Robert, wo er da echt mal diese ganzen Fakten aufzeigt. Und er kennt mir erst, wie tief eigentlich dieser Irrsinn geht. Aber wie auch immer. Es geht es mir also nicht darum, irgendwie eine Partei zu bashen, aber es ist halt eins von den Themen. Und da sind natürlich dann, die Grünen tun sich da besonders hervor. Also jetzt noch mal hier ein Beispiel. Es ist ein grüner Abgeordneter, ein MdB, Mitglied des Bundestags. Dort ja auch in Kommissionen und stellvertretender Partei, Fraktions, was weiß ich. Also auch da, ich möchte es nur sagen, das ist jetzt nicht irgendein, man kann ja jeder Mitglied in der Partei werden. Nein, aber ich rede hier schon wirklich von Berufspolitikern, von Leuten, die dort schon ein bisschen mehr Einfluss haben, die Politik machen, die Gesetze machen für uns im Land. Oliver Krischer heißt der Mann. Und Oliver Krischer auch letzte Woche hat auch getweetet, Zitat Ende. Also das ist auch, das müssen wir uns sacken lassen. Das ist immer das bei diesem Thema. Ich will da jetzt nicht schimpfen, weil das ist genau so ein Fall. Ich kenne den Mann nicht persönlich. Aber aus meiner Sicht ist es jetzt nicht so, dass der ganz bewusst die Leute täuscht und dann, wenn die Kamera raus ist, dann denkt er sich, wie blöd sind die Leute. Das glaube ich gar nicht mal. Nein, ich schätze, der glaubt das selbst. Und genauso wie Berdl Höhn, die glauben das. Und dann ist es natürlich, also wenn ich das glauben würde, wenn das mal ein Weltbild wäre, wow, der Golfstrom bricht ab, okay, dann ist Panik im Modus nahe. Weißt du, da musst du handeln, weil wenn der Golfstrom abbricht, Leute, dann haben wir ein Problem, also ein erstes Problem, dann geht hier kein Leben mehr. Das heißt, wenn das wirklich meine Angst wäre, dann kannst du da keinen angenehmen Tag verbringen, weil dann bist du jeden Tag im absoluten Alarmmodus. Und hier ist es halt auch so. Ich meine, der wird es glauben, was er sagt. Das ist, was ich damit zum Ausdruck bringen möchte. Und was sagt er da? Island ist am Norden, nördlich von der Eifel, wenn es da oben wärmer ist als hier, offensichtlich Klimakaos, Luftströme durcheinander geraten. Aber es ist völlig banal, dass es auch mal in Island, was also eine atlantische Insel ist, dass es dort mal milder sein kann, als hier bei uns. Das ist völlig normal. Die Antwort hat hier auch wieder Kachelmann gegeben. Ich zitiere mal hier, jetzt wieder von Kachelmann. Herr Abgeordneter, wenn hoch über Skandinavien, geht die Luft im Uhrzeigersinn drumrum. Deswegen bei uns kalt. Deswegen immer automatisch Island warm. Geht nicht anders. Ist nicht für Sie so. Ist immer so. Seit Jahrtausenden. Zitat Ende. Also ihr seht schon an der Art der Sprache, weißt du, wie der Kachelmann hier redet. Der redet wie so zu einem kleinen Kind. In dieser Kindersprache. Ich erkläre es jetzt mal für die ganz Dummen. Das sagt der Kachelmann so. Und er beschreibt eben, das ist eine absolute Banalität. Also so Fälle, dass es in Island milder ist, als in der Eifel, das ist völlig normal. Hoch, Tiefdruck, Dinge sind immer dynamisch, bewegen sich dann so. Das ist was Banales. Das hat nichts damit zu tun, dass irgendwelche Luftströmungen durcheinander geraten werden. Lass uns wieder auf das Zitat von dem Grisha schauen, was der da geschrieben hat. Luftströmungen sind durcheinander geraten. Das ist ja, und Sorgen für absurde Rekorde. Das ist ja so, auch wieder so eine Grundangst. Wir reden nicht nur von, ja, Wetter ist wieder mal komisch, sondern wir reden davon, dass Dinge durcheinander geraten sind. Dass die Ordnung, die Ordnung der Natur aus den Fugen gerät, als ob wirklich im ganz Großen, Dinge, die viel größer sind als der Mensch, also wirklich, die Erde geht auseinander. Und mittlerweile ist es so weit, habt ihr vielleicht gesehen, jetzt ist ja wieder Elitentreffen, da in den Schweizer Bergen oben, da kommt wieder die kleine Greta, wird da aus Schweden wieder hingefahren und er hält da die Rede, wo du denkst, kann es echt sein? Wie weit gehen wir noch in der Irrationalität, dass jetzt da 13-jährige Kinder irgendwie was erzählen, so von, absurd. Absurd. Das ist eine völlig unbegründete Angst. Die ist total übertrieben. Nichts von diesem Timmen stinkt. Und eben ein Kachelmann, sein Mann der Praxis, der denkt sich dann halt, der redet wie zum kleinen Kind, hallo, was ist los mit euch? Dann muss man auch die Frage stellen, hat das vielleicht auch was mit unserer Bildung zu tun? Das ist wirklich eine Frage. Haben wir so viel Bildung verloren, dass selbst intelligente Leute, Leute mit guten Schulabschlüssen, vielleicht sogar Hochschulstudium, einfach nicht mehr in der Lage sind, so rational gewisse Grundnaturwissenschaften so nachzuvollziehen und dass man auf solche Dinge reinfallen kann, als Intelligent der Mensch. Das ist wirklich, ich weiß es nicht. Wie kann das sein, dass wenn es im Winter kalt wird, dass man meint, der Golfstrom hat abgebrochen? Das ist mir echt, na gut. Ich will aber eben auch da jetzt wieder nicht mit dem Finger drauf zeigen, sondern mein Ding ist immer, Brücken zu bauen und ich versuche das nachzuvollziehen. Okay, wenn ich jetzt echt die Angst hätte, dass der Golfsturm abbricht, dass im Groben hier das Ökosystem Erde durcheinander gerät, wie hat es gesagt, Luftströmung und so, dann würde ich mir auch Sorgen machen. Also wenn das meine Sorge wäre, dann würde ich auch die ganze Zeit Alarm schlagen. Aber ich meine Leute, diese Sorge ist unbegründet. Das ist, was eben der Wissenschaftler sagt, der Meteorologe sagt, das ist nicht ungewöhnlich. Es ist halt jetzt Winter. Im Sommer ist es halt Sommer. Und dann gibt es immer diese Übertreibung. Erst auch, letzte Woche habe ich es erst in der Zeitung gelesen, in der Welt war das, glaube ich. Da wurde über den Sommer hier in Deutschland, letztes Jahr wurde geschrieben, Superdürre 2018. Superdürre! Es ist nicht mehr nur eine Dürre, das reicht schon nicht. Nein, es ist eine Superdürre. In Deutschland. Habt ihr das mitbekommen? Letztes Jahr Superdürre. Hey, ich meine, wir hatten letztes Jahr ein trockenes Jahr. Das stimmt. Aber Dürre, dann nimm dir mal ein Wörterbuch zur Hand und schau mal, wie Dürre definiert ist. Und was da für Beispiele kommen. Da kommen wir an Beispiele, so Saarhellzone, Afrika, wo Leute echt verhungern und so. Das ist Dürre. Bei uns ist es ein trockenes Jahr. Vielleicht auch ein sehr trockenes Jahr. Nicht Vorteil für die Landwirtschaft. Gibt es mal solche Jahre, mal solche. Aber von einer Dürre zu sprechen, ist schon hart. Aber das reicht nicht. Nein, man redet von der Superdürre. Superdürre. Also ich meine, das sind so Begriffe so. Klimaerwärmung, diese ganzen Geschichten. Hey, als ich ein Kind war, da haben sie uns noch was anderes erzählt. Uns wurde als Kinder noch die Angst gemacht von Klimakälte. Kommende Eiszeit. Jetzt keine Generation. Spätestens umgekehrt. Ich meine, okay. Allein das sollte einen schon stutzig machen. Weil kann das wirklich sein, dass so große Geschichten wie Klima innerhalb von einer Menschengeneration sich einfach so komplett anders darstellen? Also ich meine, da sieht man schon, offensichtlich muss man ein bisschen vorsichtig sein. mit den Bewertungen, so was da genau abgeht. Ja, also das jetzt hier zu diesem Thema Klima. Und dann habe ich noch ein drittes dabei. Noch ein drittes Beispiel. Auch das eben, sehr aktuell. Und deswegen passt es einfach wunderbar hier rein. Und das ist das Thema Feinstaub. Feinstaub. Ich meine, allein schon das Wort auch. Ich denke mir das schon seit Jahren. So ein Feinstaub, das ist so ein Wort, das kenne ich, das habe ich früher gar nicht gelernt. Das ist irgendwie neu gekommen. Beziehungsweise, das Wort Feinstaub gab es wahrscheinlich früher auch schon, aber diese Relevanz, die es bekommen hat, dieses Feinstaub, das ist irgendwas Bedrohliches, das ist irgendwas für unsere Gesundheit, das ist ganz gefährlich. Und wir haben eine unglaubliche Auswirkung, diese Feinstaub-Debatte. Wir wissen jetzt von den Dieselfahrverboten, eine ganze Technologie wird dort, kommt in Verruf, es gibt Fahrverbote und so weiter. Und die Hysterie ist riesig. Das geht sogar so weit. Letztes Jahr war es in Oldenburg, das ist so das Beispiel. Oldenburg, eine kleine Stadt in Niedersachsen, und in Oldenburg ist es so, dass die eh schon eine autofreie Innenstadt haben. Und dann hatten die auch noch letztes Jahr so ein Sportereignis, so ein Stadtlauf oder sowas. Und an dem Tag haben sie halt, die Messstationen, die laufen ja immer, da haben sie aber noch höhere Feinstaubwerte gemessen als im Durchschnitt. Noch höher, deutlich höher, also relevant höher. Und da hat man sich gefragt, wie kann das sein? Also, wenn an dem Tag in der Innenstadt gar keine Autos gefahren sind, also auch da, wo die Messstationen, es gar keine vorbeifahren, und da aber trotzdem an dem Takt von genau der Messstation nochmal erhöhte Werte sind, vielleicht hat das ja gar nichts mit den Autos zu tun. Vielleicht hat das ja gar nichts mit den Autos zu tun. Die Frage stellt sich. Und tatsächlich ist es nicht so, dass nur uns eins sich die Frage stellt, sondern, das wurde dann in Oldenburg auch viel diskutiert, hey, was ist hier los? Und jetzt ist es soweit, es gibt wissenschaftliche Untersuchungen, dass es natürlich auch noch andere Quellen für Feinstaub gibt. Und Überraschung, Überraschung, was kann noch Feinstaub machen? In dem Fall Oldenburg ist es so, da wird der schwarze Peter jetzt von der Automobilindustrie den nächsten zugeschoben, das ist die Landwirtschaft. Das ist die Schweinezucht. Die Schweinezucht macht den Feinstaub. Und in Oldenburg hat es den Feinstaub, weil um Oldenburg rum, das ist dann der sogenannte, ich weiß gar nicht, ob man es wirklich so nennt, Schweinegürtel. Aber das ist halt viel Schweinemast, Großbetriebe auch, wo man mit Sicherheit kritisch darüber reden kann, Massentierhaltung, keine Frage. Aber hier, wir bleiben jetzt beim Thema Feinstaub. Man argumentiert also, guck mal, es sind gar nicht die Autos, die den Feinstaub machen. Wir bleiben zwar bei unseren Diesel verboten, aber die Autos sind es offensichtlich gar nicht, sondern hey, es ist die Landwirtschaft. Und jetzt in voller Konsequenz, wenn es also die Schweinezucht ist, die den Feinstaub macht, ja dann müssten wir die Schweine verbieten, oder nicht? Und tatsächlich, so absurd das klingt, aber genau diese Argumentationslinie, auch erst vor wenigen Tagen, Wochen, war der Chef von denen, von der veganen Gesellschaft, ich habe ja seinen Namen gar nicht mehr im Kopf, der hat genauso argumentiert. Der hat gesagt, hey, Oldenburg hat das gezeigt, der Feinstaub, der kommt gar nicht von dem Diesel. Nicht die Diesel sind das Problem, sondern das Problem ist die Schweinemast. Und wenn die Gerichte bereit sind, den Diesel zu verbieten, dann ist die volle Konsequenz, dass man jetzt über Fleischverbote nachdenken muss. Da habe ich gedacht, ich meine, in sich ist das schlüssig so. In sich ist das schlüssig. Aber Fahrverbote, Fleischverbote, wisst ihr, mir geht es hier nicht darum, ob ich in 10 Jahren noch meinen Schnitzel bekomme. Oder ob ich in 10 Jahren mit dem Auto fahren darf oder nicht. Das ist mir persönlich relativ egal. Soll ich euch ganz ehrlich sagen, das ist mir wurscht eigentlich. passender Beispiel, mir wurscht, vegan, na egal. Aber es hat keine große Relevanz. Darum geht es überhaupt nicht so. Aber was ich hier sehe, ist halt eine schleichende, wie soll man das nennen, so eine Entmündigung. Die wird die Entscheidung darüber weggenommen. Weißt du, diese Fragen vegan oder überhaupt Ernährung, Fleisch, Fragen Mobilität, alle Fragen vom Lifestyle, die sind alle diskutabel. Natürlich kannst du darüber sprechen. Und natürlich gibt es einiges in unserem Lifestyle, was sich verändern kann, was man verbessern kann. Aber das Entscheidende ist, wird dir die Freiheit dazu gelassen? Darfst du das entscheiden? Und da sehen wir halt, dass mehr und mehr eben Themen des Umweltschutzes zu Instrumenten werden für eine größere Agenda. Und das Letzte, dass es aber darum geht, die Menschen zu entrechten, zu entmündigen. Weil man sie eben auch als Schädling sieht. Ich habe da schon oft drüber gesprochen. Das ist das Weltbild, was diese Leute haben. Sie sehen den Menschen als ein Schädling, als etwas, was eher Stress bereitet. Und dementsprechend muss man den dann immer limitieren, Grenzen setzen, erziehen. Das ist diese Grundidee, wie sie die Fabian Society hat, was ich euch mal erzählt habe. Diese ganzen 19-Jahrhundert-Denkweisen. Aber dann auch, das sind die Grundideen von so Organisationen wie UNO, UNESCO. Auch da erinnert ihr euch, wer es noch nicht mal hat, schaut euch mal die Sendung an, die wir gemacht haben, über Golden, Darwin, Huxley, über diese Familienverflechtung. Julian Huxley, Gründer der UNESCO, was der geschrieben hat, welches Weltbild die haben. Die sehen den Menschen als Schädling. Und Politik geht nur darum, wie du den Schädling irgendwie möglichst eindämmst. Die alten Ideen, die wir noch haben von Freiheit, Freiheit des Individuums, die basieren eben darauf, dass du in den Menschen auch etwas Wertvolles siehst. Etwas mit Esprit, etwas mit Seele. Nur dann, wenn das diesen Wert hat, dann macht Freiheit überhaupt einen Sinn. Wenn man den Menschen so negativ sieht, dann ist Freiheit natürlich das komplett Falsche. Und das ist, wo wirklich die Bedrohung ist. Nicht die Bedrohung, dass es aus Chemnitz irgendwelche Skinheads, die Macht übernehmen in Deutschland. Das ist nicht die Bedrohung. Da sehe ich viel mehr die Bedrohung. Dass uns schrittweise so die Freiheiten genommen werden, die Freiheit selbst zu bestimmen. Und da gibt es mehrere Hebel, die da angesetzt werden. Und das Thema Umweltschutz und überhaupt die grüne Green Revolution. Ich meine, das ist nicht nur parteiisch. Das geht hier um die Erde. Diese ganzen Green Values, die werden als ein Hebel angesetzt, um Menschen zu entmündigen. Das ist das Gefährliche. Und das sehe ich schon ganz lange, diese Entwicklung. Und das ist jetzt in den letzten Wochen auch wieder nochmal ganz, ganz deutlich geworden, rund um dieses Thema Feinstaub. Weil der Individualverkehr wird eingeschränkt. Ich glaube, Merkel hat das schon gesagt, ich habe die Zahlen nicht mehr im Kopf, aber sie hat auch gesagt, und das war nicht so weit weg, waren es 20, 30 oder so was, ich weiß nicht mehr genau, aber es wird nicht lange hin sein, dann gibt es keinen Individualverkehr mehr. Dass du da selber in dein Auto einsteigst, einfach hinfährst, wo du Bock hast. Geht nicht. Geht dann nur noch für eine Oberklasse, aber nicht mehr für die Masse so. Dass du das isst, was du willst, nee, das geht dann irgendwann auch nicht mehr. Weißt du, irgendwann, das ist, was droht. Diese Entmündigung, ja, das ist, was droht. Das an unserem Lebensstil, das eine oder andere zu verändern, das geschenkt, ja. Aber es geht um diese Entmündigung. Das heißt jetzt auch nicht, dass man jetzt so eine Gegenposition übernimmt, wie es auch Parteien machen, oft auch jetzt, Beispiel als AfD. Ich erwähne es jetzt nur, weil ich die Grünen auch erwähnt habe, nur so, um das Gleichgewicht zu bringen, da hast du das ja auch, wie das instrumentalisiert wird und so weiter. Mir geht es jetzt überhaupt nicht darum, Umweltschutz zu bashen. Ey, weißt du, ich lebe in einer Stadt, in Chemnitz, die Stadt, die hieß vor 20 Jahren noch, oder vor 25 vielleicht, naja, vor 20 kann man sagen, da hat man die Stadt noch Ruß-Chemnitz genannt. Ruß-Chemnitz. Wisst ihr warum? Weil es eine Industriestadt ist. Weil es da, ey, hunderte Schlote gab von irgendwelchen Fabriken, die halt die Luft verpestet haben. Ruß-Chemnitz, das sächsische Manchester. Und da hat sich so viel verbessert. Spürbar. Und das ist das Ergebnis von Umweltschützern, also die auch aktiv waren so. Mir geht es null darum, jetzt hier in die Umweltschütze bashen. Es ist tatsächlich, es hat sich so viel getan in Deutschland, Europa für den Umweltschutz. Und das ist wirklich so, wenn ich so schaue, ich bin ja viel rumgereist auf der Welt und das ist wirklich, ey, du musst noch nicht mal, wir brauchen gar nicht reden jetzt von Ländern wie Indien, welcher Zustand dort in Großstädten ist. Mexiko City, wo es Automaten gibt an der Straße, wo du schmeißt ein paar Pesos rein und kriegst mal fünf Minuten Sauerstoff, frische Luft so. Solche Zustände gibt es auf der Welt und es gibt noch schlimmere so. Aber selbst innerhalb von Europa, wenn du schaust, da gibt es schon Städte in Südeuropa, wenn du da im Sommer bist, Thema Luftverschmutzung, ey, ich war mal vier Wochen in Athen, das ist unglaublich, wie viel Schmutz da ist. Du siehst so deine Klamotten so. Geh mal nach Madrid im Sommer, das ist auch so eine Stadt, oder Rom. Und ich will jetzt gar nicht diese Länder bashen, sondern das ist auch vom Klima her, jede Stadt ist anders und so weiter. Was ich damit sagen will, ist, bei allen den Reisen, was mir immer mit als erstes aufgefallen ist, wenn ich zurück nach Deutschland komme, boah, wie sauber es hier ist. Saubere Luft, sauberes Wasser, ich kann ja einfach Wasser aus dem Wasserhahn trinken. Und ja, klar, man kann es immer noch verbessern, aber wenn du es vergeißt mit dem Standard, der halt in anderen Ländern ist, ist es hier halt sehr, sehr gut. Offensichtlich kein Dreck auf den Straßen, auch da verändern sich Dinge, aber wenn du das vergeißt mit anderen Ländern, das ist mit das Erste, was dir auffällt, so. Irgendwie ist es, also bei uns ist es hier sauberer. Und gleichzeitig haben wir jetzt aber jetzt mit dieser Feinstaub-Geschichte eine Hysterie am Start, die auch eben, wiederum ist es so ein Beispiel dafür, es ist total übertrieben. Es ist auch eine Angst da, eine Angst, boah, der Industriedreck, der bringt uns alle um. Und vielleicht können wir es bei dem Feinstaub mal nochmal kurz runterbrechen, wie das war. Das Ganze bezieht sich eigentlich auf eine Studie, die die WHO, die Weltgesundheitsorganisation, in Auftrag gegeben hat. Und die wurde international, da haben Wissenschaftler mitgemacht aus mehreren Ländern und so weiter. Und die Studie ist dann zu dem Ergebnis gekommen, dass Menschen, die an viel befahrenen Straßen leben, eine geringere Lebenserhaltung haben, als die, die im Villenviertel derselben Stadt leben. Na, how about that? Was für eine Überraschung! Was für eine Überraschung! Aber jetzt, ich meine, ganz ehrlich, daraus jetzt den Schluss zu ziehen, es gibt einen kausalen Zusammenhang mit der Luft an der Straße, wo du wohnst, und der Lebenserwartung, im Vergleich zu denen im Villenviertel. Ey, ganz ehrlich, das kann ein kleines Kind schon erkennen, dass das irgendwie statistisch doch irgendwie komisch anmutet. Weil es gibt doch einen Haufen anderer Faktoren auch, die einen Unterschied machen zwischen den Leuten, die an der Schnellstraße leben, weil sie sich keine andere Wohnung leisten können. Weil das die billigste Wohnung weit ist, die dir zugeteilt wird zur Zahlwohnung. Die haben aber auch einen völlig anderen Lebensstil als jemand, der im Villenviertel lebt. Der, der im Villenviertel lebt, der hat vielleicht auch eine bessere medizinische Versorgung, der hat vielleicht eine bessere Ernährung, der hat vielleicht bessere Lebensgewohnheiten, der kann vielleicht einmal im Jahr auch in den Urlaub fahren, und was ihm gesundheitlich gut tut, mal Seeluft, was für sich. Also ich meine, Leute, es gibt da zig Unterschiede, und einfach vom ganzen Lebensstil, den Kausal zusammen herzustellen, wenn du an der Straße lebst, dann stirbst du früher, weil die Luft so schlecht ist. Das ist super billig. Aber das ist tatsächlich der Kern. Das ist diese ursprüngliche Arbeit, die die WHO gemacht hat. Daraus entwickeln sich dann Richtwerte, und aus diesen Richtwerten werden dann eben diese politischen Werte. Und wenn die überschritten werden, dann wird eben geklagt. So läuft das. Aber diese Werte sind, das ist politisch, das ist willkürlich. Und wie gesagt, ich habe das in vielen Ländern ja gesehen, ich meine Luftverschmutzung ist in vielen Ländern ein Riesenproblem. War es bei uns auch. Und es war auch richtig, was dagegen zu machen. Wir haben auch Dinge verbessert. Da muss man auch Druck aufbauen auf die Industrie. Schon richtig. Von allein bewegen die ihren Hintern nicht. Das ist schon klar. Deswegen Umweltschutz und auch dort aktiv sein. Da sind gute Leute dabei, die das echt auch machen und gemacht haben. Keine Frage so. Aber hier jetzt, jetzt ein Bild aufzubauen, wie als ob wir mehr Probleme hätten mit der Luft. Und das ist dann echt die Rede, man hat das dann auch hochgerechnet von den Toten, von Zehntausenden von Toten, die es jedes Jahr in Deutschland gibt, aufgrund der Feinstaubbelastung von den Straßen. Wie gesagt, mittlerweile ist man weiter, man erkennt, auch wenn keine Autos fahren, haben wir trotzdem hohen Feinstaub. Ah, das sind die Schweine. Wer weiß, was man noch entdeckt, was alles für ein Feinstaub sorgen kann. Jetzt mit dem Frühling, wenn der kommt und die Bäume schmeißen ja Polen raus. Ups, dann sind die Bäume ausschuldet. Muss man vielleicht auch noch irgendwas machen. Ich weiß nicht, ob man mit dem Frühling, ob man den irgendwie verbieten kann oder die Bäume irgendwie einschneiden. Ich weiß nicht. Das zeigt schon, wie irrational das ist. Ich meine, wie weit willst du gehen? Aber gut, warum jetzt das mit dem Feinstaub noch so prägnant aktuell ist. Es gab jetzt, letzte Woche war das auch erst, gab es ja einen offenen Brief, einen offenen Brief, der von 100 Lungenärzten und Leuten, die sich mit diesem Thema beschäftigen, unterzeichnet wurde. 100, die gesagt haben, ey, diese Feinstaubgeschichte, das ist wissenschaftlich null haltbar. Zu behaupten, es gäbe jedes Jahr, und ich habe jetzt die Zahl nicht genau im Kopf, aber mehrere 10.000 Feinstaubtote in Deutschland, da sagt der Lungenarzt, sagt, wo sind die? Und der Lungenarzt hat nicht gesagt, na, es sind viel weniger Feinstaubtote, sondern der Lungenarzt sagt, ich habe noch nie eine Feinstaublunge gesehen. Noch nie. Und das ist wieder der Unterschied. Ich meine, der Lungenarzt, das ist ein Praktiker, der hat eine Praxis, der praktiziert. Das ist wirklich der Mensch, dem sein Wort hat dort schon Gewicht, finde ich, weil das ist halt der, der sein Leben lang mit diesen Phänomenen arbeitet, Lunge, Gesundheit. Wenn irgendeiner Lungen krank ist, dann endet er beim Lungenarzt. Und das ist auch ein besonderer Facharzt, und da wird es auch nicht jetzt Zehntausende geben in Deutschland, ich weiß nicht, wie viel es gibt, aber wenn von den Lungenärzten 100 sagen, hier, eure Feinstaubgeschichte, das können wir so nicht bestätigen, dann finde ich, hat das eine Relevanz. Und dann ist das für mich der selbe, dieser selbe Konflikt, wie vorher eben bei dem Kachelmann, wo der als Wissenschaftler sagt, hey Leute, was ihr erzählt, ist einfach Bullshit. Das scheint mir hier bei dem Feinstaub auch zu sein. Ich meine, zuerst drückt man es in den Auto rein, drückt man es in den Schweinen rein, was es überhaupt ist, weiß man nicht, dann geht es ja auch darum, wo misst man überhaupt die Sachen. Weil das ist auch so, wenn man sich denkt, das heißt, das ist EU-Recht. Das geht also von oben nach unten. Also die UNO haut Empfehlungen raus und die EU greift die natürlich sofort auf und aus diesen Empfehlungen werden Richtwerte, die für Europa gelten. All diese Dinge übrigens kommen sozusagen so von oben herab. Es ist nicht, dass da jetzt bei uns irgendwie eine Debatte stattgefunden hat. Die sind dann auf einmal einfach da, die Richtwerte. Keiner kann was dafür, die kommen aus Europa, EU. Es ist auch nicht demokratisch entstanden, dass man im EU-Parlament drüber gesprochen hätte, sondern es kommt halt dann von der EU-Kommission hier, zack, das ist der Richtwert. Und jetzt denkt man sich auch, okay, warum ist es denn in Deutschland so ein Riesenproblem? Ich meine, ist Deutschland wirklich, es sind da die, es sind noch viel größere Dreckbären oder was? Warum ist bei uns, warum gibt es bei uns Fahrverbote und warum gibt es kein Fahrverbot in Athen? Oder in Rom? Warum gibt es das da nicht? Ist dort die Luft echt besser? Ich meine, wenn du aber selber dort bist, hast du das Gefühl, boah, hier ist aber echt ein Problem mit der Luft. Warum ist das so? Weil halt die Messstationen, weil die Richtwerte gelten ja für Athen genauso wie bei uns, sind genau die gleichen so. Aber in Athen stellt man halt die Messstationen nicht direkt an die Schnellstraße, sondern stellt die halt irgendwo in den Stadtpark. Was auch legitim ist, weil du willst ja die Luft messen in der Stadt und nicht die Luft einen Meter neben der Straße. Ich meine, wenn ich hinter einem Auspuff sitze, ist natürlich die Luft nicht so gut wie, schon zehn Meter weiter ist es schon besser. Verstehst du? So 50 Meter weiter ist es schon viel besser. Welche Luft willst du denn eigentlich messen genau? Selbst wenn dein Haus in der Nähe von der Straße, das ist nicht so angenehm, weil ich mache auch Lärm und den ganzen Kram und so. Aber die Luft oben an einem Fenster ist eine komplett andere als 20 Meter entfernt unten auf der Straße. Das verändert sich schon so. Also offensichtlich gibt es da gar keine Einheit. Und dementsprechend kommen wir halt zu falschen Daten oder zu unterschiedlichen Daten. Welche sind jetzt richtig? Welche sind relevant? Und wieder haben wir dieses gleiche Muster. Du bekommst den falschen Input, die falschen Daten. Daten kannst du natürlich darauf keine vernünftige Politik herauskonstruieren. Das geht ja nicht, weil du hast schon die falschen Voraussetzungen. Und so ist es halt so, dass die Einländer für diese EU-Verordnung war kein Thema. Und in Deutschland werden die Diesel verboten. Es gibt Leute in Europa, die wundern sich, was ist da los in Deutschland? Wieso verbieten die jetzt da das Dieselfahren? Alle haben eigentlich denselben Richtwert. Aber das ist auch wieder nur so ein Beispiel für diese, wie das da auseinander geht. Und ja, es ist im Grunde und wir haben halt Irrationalität. Es sind Ängste, die da sind. Und deswegen ist es auch nicht angebracht, da jetzt immer drauf zu hauen, wie blöd sind die alle. Auch ich muss echt gucken, wie ich das ja mache. Da war auch viel drüber nachgedacht. In welchen Worten findet man das? Weil wenn man da direkt drauf hat, dann kommt man sofort wieder in diese Streitdebatte. Du bist dumm, du bist dumm. Und dann ist man wieder in diesem Meinung gegen Meinung, Spion gegen Spion. Man haut einfach auf, Yin-Yang. Das bringt nichts. Das ist nicht heilsam. Ich nehme mir die Ängste ernst. Wenn Menschen Angst haben, dann ist es ja ein echtes Gefühl, was ein Mensch hat. Und wenn du Menschen respektierst, musst du auch respektieren, okay, der hat dann ja Angst. Genauso wie, das habe ich schon von Anfang an gesagt, wo das damals losging, hier in Dresden mit, wie hieß die nochmal, mit Pegida. Da habe ich auch gesagt, guck mal, die Leute haben eine, die haben eine echte Sorge. Die musst du ernst nehmen. Das ist, was der Respekt von Menschen verlangt. Du musst die Ängste von den Menschen ernst nehmen. Und dann musst du gucken, ob du mit denen sprechen kannst und schauen, sind die Ängste begründet und so funktioniert das. Bringt nichts da direkt drauf zu hauen. Aber was man halt erkennt, das sind Ängste, aber die sind eben zum Teil sehr irrational. Die sind eben zum Teil völlig übertrieben und die schicken einen in einen Zustand, ich weiß nicht, wie ich es nennen will, ich will es jetzt nicht krank nennen, weil das ist auch schon so ein Stigma, es ist krank. Aber es ist so ein Zustand, wo man nicht mehr in einem Gleichgewicht ist, also wo du einfach mental nicht im Gleichgewicht bist. Wenn du, weil es Winter wird, wenn du dann glaubst, der Golfstrom hat abgebrochen, das ist bedingenswert, weißt du, weil dann, da kannst du nicht mehr viel Lebensfreude empfinden. Also wenn du das wirklich glaubst, wenn das deine Angst ist, dann ist das ja auch eine enorme Last, die auf deinen Schultern ist. Ja, so viel zur Analyse von unseren interessanten Zeiten. Jetzt aber nochmal die Frage, wie gehen wir damit um? Was können wir machen jetzt in unserer Zeit? Es ist ja nicht nur so, dass wir heute diese ganz vielen verschiedenen Filterblasen haben, in denen sich all die Menschen beschäftigen und dann gegenseitig so wie aus zwei Burgen sich irgendwie da bekämpfen, aus ihrer Filterblase heraus. Es ist ja generell ein Phänomen unserer Zeit, dass wir eine unglaubliche Informationsflut haben. Wir haben Internet und Internet ist ein Segen, aber es ist eben auch ein Flug wieder zugleich. Ich bin immer wieder bei diesen interessanten Zeiten. Internet ist genauso. Wir haben eine unglaubliche Informationsflut und der schmeißt uns weiter und wir hier, Nuviso und ich selber sind Teil davon, von dieser Bewegung sozusagen. Die Frage ist, wie geht der Mensch mit dieser Herausforderung um, mit dieser Überinformation? Wie geht man damit um, mit dieser, durch soziale Medien, dieses permanente, mit Meinungen konfrontiert zu sein, von allen möglichen Leuten? Wie geht man damit um? Kann ein Mensch das alles irgendwie, dem allen gerecht werden? Nee, kann man nicht. Das ist die Herausforderung, vor der wir uns jetzt, auch die junge Generation, in dem Fall kann man es wirklich sagen, das ist die Herausforderung, die wir da sehen. Und was ich dort empfehlen würde, wir sollten wieder mehr Freigeist werden. Wir sollten wieder mehr unserer eigenen Wahrnehmung vertrauen. Das ist das Entscheidende. Mut haben, deiner eigenen Wahrnehmung zu vertrauen. Zu sehen, wahrzunehmen, zu riechen, was ist denn? Beim Spiegel war es, sagen, was ist. Also schau erstmal hin, in deinem eigenen Leben, in deiner eigenen Umwelt, nimm mal wahr und vertraue deiner Wahrnehmung. Und dann gibt es Dinge, über die, die du nicht wahrnimmst, weil sie einfach nicht in deiner Realität sind. Dann kannst du da vielleicht gar nicht genau wissen, wie es ist. Du kannst jetzt nicht genau beurteilen, wie die Situation in Syrien ist. Es ist nicht so einfach so. Und als Freigeist, Freigeist, was heißt das überhaupt? Das klingt ja jetzt so, wie so ein schönes Wort, Freigeister. Aber man muss es wortwörtlich nehmen, ein freier Geist. Das ist eben ein Geist, im Englisch spricht man von Mind. Der Mind, das Gehirn, unser Denkapparat, dieses Kognitive, das möchte am liebsten sich immer an gewissen Dingen festhalten. Das möchte feste Strukturen haben. Und das hat früher auch super funktioniert, wahrscheinlich über die meisten Zeiträume. Aber eben in unserer jetzigen Zeit, wo wir so viele Informationen bekommen und die Informationen manchmal sich auch widersprechen, manchmal auch echt kontrovers sind. Und das ist ja auch Teil hier von dem, was ich hier mache. Das sind oft kontroverse Dinge. Und selbst in einzelnen Sendungen bringe ich manchmal verschiedene Standpunkte, die zum Teil ja sogar sich zu widersprechen scheinen. Aber das ist Freigeist, das zu akzeptieren, okay, es gibt halt das und das. Und dass man sich nicht an gewissen Punkten fix hält, dass man gewisse Postulate zu Dogmen macht und sagt, das ist unverrückbar, das stimmt, das ist einfach fix. Sondern der Freigeist heißt eben, dass dieser Geist frei ist, dass er es nicht braucht. Dass der Freie am Floaten ist und nicht irgendwie sich streng von Punkt zu Punkt hangeln muss. Und wenn aber schon das unterste Postulat einfach falsch ist, weil es die falschen Informationen hat, ist alles, was daraus gewachsen ist, ist eben auch verkehrt. Das ist genau das. So wie wir uns vorher bei der Politik gesehen, man kommt keine Politik raus, wenn die Infos schon falsch sind. Und so ist es beim einzelnen Menschen auch. Und deswegen ist das auch nicht nur so ein Dahingerede, so ja, free your mind oder sowas, sondern es ist wirklich, es ist die Wahrheit. Also das ist tatsächlich, um was es geht, free your mind. Weil ich glaube, mit dieser alten Denkweise, wo du so diese Postulate und Dogmen hast und Paradigmen hast, ich glaube, damit kommen wir mit dieser Informationsflur mit dieser neuen Welt, die jetzt auch entsteht, diese neue Realität, da kommst du da nicht mehr zu Rande. Das haut nicht hin, weil da ständig wirst du mit Dingen konfrontiert, die nicht deinem Weltbild entsprechen. Das ist dann auch so ein Begriff wie kognitive Dissonanz, kann man da vielleicht auch mal nennen. Ich weiß nicht, ob der da so passend ist, weil der ist ein Begriff aus der Psychologie, der schon klar definiert ist. Aber im Grunde genommen sagt kognitive Dissonanz so was, dass wenn der Mensch mit Informationen konfrontiert wird, die komplett gegen sein Weltbild oder gegen sein Verständnis widersprechen, dass er das einfach ausblendet. Und genau diesen Mechanismus haben wir jetzt ein paar Mal hier schon gesehen, bei den Mustern, die hier aufgearbeitet wird, wird einfach ausgeblendet. Schaut mal nicht hin. Wir sind zur Spiegel-Bestsellerliste, hier schaue ich nicht hin, was da für ein Buch ist. Ausblenden, das ist kognitive Dissonanz. Sollen wir das nicht einbauen können. Und das wird immer schwerer, das wird immer schwerer, weil wir eben jetzt immer mehr Informationen bekommen und weil auch immer mehr von den alten Weltbildern, die lange Zeit richtig stabil erschienen sind, die bröckeln langsam weg. Ob das die Religionen sind und da habe ich ja selber wirklich auch daran mitzuzeigen, diese Religionen, wie die dann Kraft verlieren. Ob das gewisse wissenschaftliche Dogmen sind, die scheinbar über ein, zwei, drei Jahrhunderte feststehen und die ins Manken geraten. Je mehr von diesen Dogmen weggehen, desto schwieriger wird das für Menschen, deren Verstand noch so verkrustet und festhält ein Dogmen, dann mit dieser Realität umzugehen. Das wird dann immer schwieriger. Und glaubt mir, Leute, das wird noch freakiger werden. Ich meine, wir erleben ja zuerst den Anfang davon. Es wird nicht so vermessen sein, so 30, 40 Jahre in die Zukunft zu schauen, aber ich bin mir sicher, es wird nicht leichter werden, diese Dinge zu verarbeiten. Und deswegen dieser Aufruf zum Freigeist werden, wieder seiner eigenen Wahrnehmung vertrauen und sagen, was ist. Das ist, um was es geht. Und ich möchte zum Schluss hier nochmal auf einen Philosoph nochmal kommen. Das ist dieser Mann hier. Das ist Nietzsche. Und Nietzsche hat, gerade in der Zeit, wo er am stärksten war, sage ich jetzt mal, das ist vielleicht auch Geschmackser, aber in der Zeit, wo Nietzsche so wirklich diese Freigeistigkeit gelebt hat, bevor er dann in späteren Jahren dann ein bisschen düsterer wurde, da hat er dieses Werk geschrieben, fröhliche Wissenschaften. Und ich möchte mal so, ein Bonmont, weil Nietzsche hat so viele schöne Bonmonts gegeben, mal eins hier daraus zitieren. Und Nietzsche hat gesagt, Zitat, Überzeugungen sind gefährlichere Feinde der Wahrheit als Lügen. Überzeugungen sind gefährlichere Feinde der Wahrheit als Lügen. Das ist genau, um was es geht. Wir leben heute in der Welt, jeder hat eine Meinung, jeder ist von irgendwas überzeugt. Und das sind gar nicht Lügen, das ist genau der Punkt. Nicht alles, was so an falschen Meinungen kommt, ist jetzt wirklich Lügenpresse. Da ist jemand, weil Lüge, Lüge ist ja auch genau definiert. Lüge heißt, du hast eine böse Absicht auch. Oder du weißt, dass es anders ist und du sagst es mit Absicht falsch. Das ist Lüge. Wenn du allerdings Dinge sagst, die nicht wahr sind, weil du sie aber selber glaubst, dann ist es keine Lüge. Versteht ihr? Das ist wichtig. Also nicht jeder in dem Etablissement, ob das in Politik ist, in den Parteien, in den Medien oder auch einfach die Menschen, die wir hier, unsere Nachbarn sind, Arbeitskollegen und so. Jeder von euch kennt das, weißt du, wie du manchmal verzweifeln kannst, wenn Leute da ihre absurden Weltbilder haben und Meinungen. Und jeder kann auch eine Meinung haben, respektiere ich auch. Aber für die Wahrheit ist es schwierig. Und das ist schwieriger tatsächlich als Lügen. Weil Lügen kannst du dann auch wirklich demaskieren. Und dann kannst du auch zum Punkt kommen und sagen, ja hier, das ist Lüge. Und dann kannst du es zugeben oder nicht. Aber viel schwieriger, und das hat eben schon Nietzsche, erkannt sind, dass diese Meinung, dass jeder zu allem irgendeine Meinung hat. Und okay, wie gesagt, du kannst es haben, aber es ist einfach nicht relevant. Ich meine, wenn Bärbel Höhn die Meinung hat, dass jetzt der Golfstrom abgebrochen ist, darfst du das natürlich sagen. Und ist okay. Aber ich würde es auch belächeln so. Das Problem ist nur, dass das eine Ministerin ist, die dann vielleicht Politik ableitet daraus. Da wird es ein Problem. Ansonsten kann ich ja sagen, naja, glaub das, kannst du nicht glauben, was du willst so. Aber erkennt ihr, es ist wie Nietzsche gesagt hat, Lügen kannst du demaskieren. Die kannst du irgendwann durchschauen. Und dann kannst du dann so ein Kontrastprogramm setzen. Aber Überzeugung, Dogmen, Meinungen, Ideologien, wenn das deine Analyse, deine Weltschau prägt, dann kommst du halt in diese fehlerhaften Ergebnisse. Es kann auch kaum anders sein. Und das ist, wo es wirklich dran geht, anzusetzen. Wo auch jeder von uns ansetzen kann. Schritt für Schritt in deinem Leben zum Freigeist werden. Schritt für Schritt diese Dogmen abwerfen. Und auch das, das ist kein Prozess, also es ist ein Prozess, das ist nicht ein Moment von einem Moment auf den anderen. jetzt bin ich erleuchtet, jetzt bin ich Freigeist. Nee, es ist ein Prozess. Bei mir ist es auch so. Das geht schon ganz lange so. Aber ich entdecke immer wieder, auch bei mir selber immer wieder, oh, ey, guck mal, hier habe ich doch wieder ein Dogma. Das ist irgendwie jahrzehntelang, dann nehme ich das als gegeben hin und da erkenne ich wieder eins. Dann freue ich mich. Wuh, habe ich wieder eins entdeckt, kann ich es wieder loslassen. Man muss sich da auch nicht stressen und Freigeist, ich will es jetzt sofort sein. Das ist ein Weg, das ist ein Lifestyle, versteht ihr? Das ist eine Herausforderung. Und das ist, glaube ich, wirklich, was für uns die Heilung ist, um aus dieser total zerklüfteten, diese Vielfalt von Filterblasen, diese Kakophonie, die dann auch ersteht, was du aus jeder Filterblase tönst und es harmoniert nicht miteinander, weil du hörst auch gar nicht mehr genau, was der andere schreibt, weil du selber so laut bist und so. Und aus dieser ganzen Emotionalen, aus diesem Hype rauskommen und das Heilen, der Weg dahin ist Freigeist, der Weg dahin ist wieder echt mal Vertrau auf deine Wahrnehmung, das, was du selbst siehst, was du wahrnimmst. Vertrau auf deine eigene Intuition, auch auf dein eigenes Denken. Aber bau nicht wieder irgendwelche neuen Postulate auf, sondern auch dein eigenes Denken, du kannst dich auch nur täuschen und nächste Woche siehst du es vielleicht nochmal anders. Also es ist ein dynamischer Prozess. Das ist Freigeist. Freigeist ist keine starre Position, sondern es bewegt sich. Oder wie es irgendeiner mal gesagt hat, schön runtergebrochen hier, der Kopf ist rund, damit die Gedanken kreisen können. Das ist ein wunderbares Ding, im Kopf geht es halt so rund die ganze Zeit. So ist es. Das ist freigeistige Haltung. Und wie gesagt, für mich ist es nicht nur so eine Schöngeisterei oder sowas, sondern es ist nicht einfach nur so, damit man freigeist ist, sondern das ist, was uns wirklich hilft, jetzt in dieser Informationsflut irgendwie seinen Kompass nicht zu verlieren und seine Orientierung nicht zu verlieren. Dass man steht, also aufrecht ist und sich darin bewegen kann. Nicht Stillstand, aber halt damit surfen kann. Auch biegsam ist. Aber wenn man an Meinungen festhält und dort auf seiner Burg sitzt und die verteidigt, hey, boah, da kommen jetzt aber die Winds of Change. Und die können wie ein Tsunami werden und die können einfach Dinge wegspülen, wenn du da sich so unflexibel zeigst. Deswegen meine ich so, free your mind ist nicht nur so irgendwie so ein Hippie-Spruch oder New Age oder sowas, sondern es ist tatsächlich, das ist Lebenskunst, wie wir jetzt mit der sich neu entstehenden Realität, die halt multimedial ist, du bist ständig mit zig Leuten verbunden, kommunizierst mit zig Leuten, die alle Meinungen haben und so weiter. Und wie willst du dich in diesem Geflecht zurechtfinden? Die Antwort ist, als Freigeist. Dann entsteht auch so eine Gelassenheit. Als Freigeist kannst du auch mal eine andere Meinung einfach an, also die kann jemand vertreten und auch wenn die völlig anders ist als deine, musst du dann nicht gleich in einen persönlichen Abwehrkampf gehen, weil du dich angegriffen fühlst, sondern ganz einfach zur Kenntnis nehmen. Okay, naja, das sagt der jetzt so, interessant. Gibt verschiedene Aspekte, man kann es auch anders sehen. Also einfach mal die Dinge zur Kenntnis nehmen, den anderen nur mal so nehmen, wie er ist, ohne dass du gar nicht draufhauen musst. Darum hauen die Leute drauf, weil sie selber Angst haben um ihr Weltbild. Deswegen verteidigen sie sich so hart. Es ist die Angst, das eigene Weltbild zu verlieren, nur deswegen. Und wenn du das da so verfolgst, wie aufeinander eindreschen die Leute so verbal und so, das ist die Angst, die man hat, irgendwie seine Position zu verlieren. Als Freigeist hast du die Angst nicht, weil du hast nichts zu verlieren. Dein Geist ist ständig auf Safari, weißt du, du kannst die Dinge verschieden betrachten. Und das gibt einem eben dann die, ja, die nötige Gelassenheit, um dann auch, halt in den Zeiten, die jetzt halt kommen, mit super viel Information, letztendlich ist, Informationen sind Licht, man könnte es eben auch so sehen, ey, das Licht wird halt immer stärker. Aber das Licht zu verarbeiten, zu kanalisieren, da musst du deinen Kanal halt frei halten. Das ist eben frei, das muss halt frei durchfließen. oder es muss, je mehr frei durchfließt, desto mehr Informationen kannst du verarbeiten und ohne, dass es dich irgendwie umhaut und du da verwirrt und verloren bist in diesem Meinungsfakten, Fakten und Fake-Fakten-Dschungel. Das ist also ein Weg zur Heilung. Deswegen erzähle ich das hier. Und free your mind, Freigeist, das ist nicht nur für die Philosophen, nicht nur für Nietzsche, sondern jeder von uns kann das ein Stück weit machen, das kannst du ja jeden Tag machen. Und sie auch nicht ermutigen lassen, wenn man immer wieder neue Dinge bei sich selber entdeckt. So ist halt unser Verstand auch. Sagen wir mal, mit Psychologie zu tun. Das ist halt eine Herausforderung für den Menschen, da in diesen Zustand zu kommen. Also Schritt für Schritt halt diese Postulate loszulassen. Darf man nicht resignieren, wenn das nicht von einem Tag auf den anderen passiert. Aber im Gegenteil, freu dich doch, wenn du immer mehr entdeckst. Bei dir selber, in deinem eigenen Leben, wo du selber noch am Postulaten hängst. Ich glaube, das sind so viele. Das ist ja das, was manche Leute meinen hier, boah, ich wäre da schon so weit. Aber ich meine, ich sehe es aus einer anderen Perspektive. Ich spüre das Förmliche mit drin. So manches von dem Kram, was Unseins heutzutage hier so erzählt. Das sind 50 Jahre, lacht man drüber. Und dann denkst du, oh Mann, wie die Leute damals noch drauf waren. Das ist genau so. Wir dürfen nicht dran verzweifeln. Es ist so ein Lifestyle. Freigeist, freier mind, das ist ein Lifestyle. Und wir sind alle Kinder unserer Zeit, aber das ist, wohin es geht, damit wir zum einen eben mit dieser Informationsflut umgehen können und zum anderen, als Freigeist bist du halt auch nicht manipulierbar. Du bist nicht so leicht ausspielbar. Meinung gegen Meinung. Weißt du, man kann, als Freigeist hast du diese Gelassenheit. Dann kommst du nicht mehr auf diesen Machttrip und musst dich ständig irgendwie da mit anderen betteln. Das heißt, du bist nicht so leicht zu manipulieren und auch nicht so leicht gegeneinander ausspielbar. Es gäbe noch viel zu sagen eigentlich zu diesem Thema. Es ist halt ein Thema unserer Zeit, der Zeitgeist. Interessante Zeiten, in denen wir leben. Für heute möchte ich es aber dabei beruhen lassen. Ich glaube, das ist die Botschaft, die ich euch da schicken kann. Freier mind, befreit euren Geist. Vertraut eurer eigenen Wahrnehmung. Das ist auch ganz wichtig. Wahrnehmung. Was nimmst du wirklich selber wahr? Was ist? Sagen, was ist. Und deine eigene Wahrnehmung, das kannst du auch zum Ausdruck bringen. Und da wirst du nie an irgendwie Ehre verlieren. Und da kann die New York Times über mich schreiben, was sie will. Aber wenn ich sage, was ist, aus meiner eigenen Wahrnehmung heraus, das ist okay. Das ist, um was es geht. Vertraue dir selber so. Vertraue deiner Wahrnehmung. Wahrnehmung heißt auch nicht nur dein Sinn. Natürlich dein Sinn, aber auch deine Intuition, auch dein Gefühl, dein Gespür. Vertraue dem. Sei dir aber auch immer gewiss, dass es auch nächste Woche anders sein kann. Weil du auch wächst und auch weiterkommst und nicht jetzt meins und dann halte ich das fest mein Leben lang und verteidigst, weil dann bist du wieder in dem Postulaten gefangen. Auch da, es scheint wie ein Widerspruch zu sein, aber hey, Leute, so ist nun mal Leben. Das ist in ganz vielen Dingen oft widersprüchlich. Schaut euch mal Licht an. Die Natur von Licht, was ist das hier? Hier Teilchen oder Welle? Die größeren Wahrheiten, die erscheinen oft widersprüchlich. Deswegen kannst du eben auch nur in so einer freigeistigen Haltung mit diesen Themen irgendwie umgehen, ohne dass es dich in irgendeine Richtung, in irgendein Lager drängt oder so. Damit sind wir am Ende heute, aber auf eins möchte ich noch hinweisen, ganz kurz, weil wir auch eben beim Thema waren, heute Presse und Sagen, was ist, möchte ich hier nochmal an Billy Six erinnern. Billy Six, der ja auch hier bei Nuo Viso schon Sachen gemacht hat oder Nuo Viso hat über ihn berichtet. Billy Six ist einer von denen, die sagen, was ist. Das ist wirklich ein Journalist, ein Reporter, der auf der Welt echt dorthin geht, in die Brennpunkte und dort versucht, mit allen möglichen Leuten zu sprechen, um wirklich selbst wahrzunehmen. Verstehst du, der geht nicht hin und vertraut irgendeiner Meinung. Wenn der über Syrien schreibt, dann nimmt er nicht die Meinung auf von irgendeinem Menschenrechtsbüro in Manchester oder was auch immer so, sondern der fährt dorthin und der will selber sehen, was ist und dann sagt er, was ist. Und da kann man natürlich drüber streiten. Keiner ist unfehlbar. Man kann Dinge auch, was weiß ich, man könnte es auch anders machen. Aber definitiv, davor muss man den Respekt haben. Das ist einer, der dorthin geht und der das, was er selbst erlebt, versucht rüberzubringen. Und Billy Six ist seit einigen Wochen, mittlerweile sind es Monate, glaube ich schon, in Venezuela. Und soweit ich das weiß, ich bin jetzt nicht so eng dran, aber das Letzte, was ich gehört habe, ist, dass er in einem Geheimdienstknast verscholten ist. Und man weiß auch gar nicht mehr, was mit ihm ist. Und da möchte ich nur mal dran erinnern, weißt du, Spiegel mit ihren 60-köpfigen Dokumentationsabteilungen und sie halten immer noch das Mantra hoch, sagen, was ist. Und sind völlig in diesen Illusionen gefangen und lassen sich verarschen von einem wie Relotius. Da ist einer, der sagt, was ist. Der ist eingesperrt in einem Militärstaat, in einem Polizeistaat. Und scheinbar kein großes Ding bei uns in Deutschland. Möchte ich nur noch mal dran erinnern, auch an Billy Six, Free Billy. Ich wünsche ihm, dass alles mit ihm gut läuft. Ist er jetzt auch gerade Veränderungen in Venezuela, wer weiß, vielleicht kann es zu seinen Gunsten sich auch da Dinge verändern, aber das wünsche ich mir einfach. An dem wollte ich noch an der Stelle erinnern. Jo, damit vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen was gebracht, ein bisschen Gelassenheit auch, ein bisschen aus dieser aufgeheizten emotionalen Debatte ein bisschen rauszukommen, mehr auf sich selbst zu vertrauen und sich da nicht anstecken lassen von diesen ganzen Emotionen. Kühlen Kopf bewahren, sagt man, aber eben auch ein feuriges Herz haben, was einen antreibt, beides. Und aus sich selbst heraus halt diese Welt betrachten. Jo, unterstützt uns weiterhin bei Nuoviso. Würde mich freuen, wenn ihr weiter an uns gewogen bleibt. Unterstützt den Kanal, unterstützt unsere Arbeit, die von den Kollegen hier. Am besten, dass sie hier schließen, Premium-Abo ab. Ist uns allen bei Nuoviso geholfen. Ich freue mich aber auch über jede Unterstützung, die ich bekomme. Ich freue mich über Kommentare, über Feedbacks. Und ja, in diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören und bis nächstes Mal. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.